Mh, 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 mh! Affelimo aliikum! Es geht! Meine Freunde! Abfahrt! Fuck, ich hab... Ich habe FPS-Anzeige nur an. Aber gute FPS hier, ja? Maschallah. Nee, nee, das sehe nur ich. Das habe ich für mich gemacht. Das habe ich selber kreiert. Bin sogar von Nike gesponsert jetzt. Tima Shish, Junge. Ach ja. Was ist denn hier los? Funfact so, wann war denn das? Ich glaube, Dienstag bin ich kurz eingeloggt. Und dann standen hier von mal so 20 Leute auf meinem Anwesen, Alter. Oh mein Gott, wo ist der Rasenmäher? Der Rasenmäher wurde abgeschleppt. Und die Raupe. Och, nö. Das dauert zwei Stunden, wenn ich den oben habe. Ja, ja, Binz habe ich selber gemacht. Ach stimmt, und Peanut hat ein Bad. Habe ich auch gemacht. Peanut ist erwachsen jetzt. Der wird jetzt Gangster. Der knallt jetzt Leute ab. Nike als Sponsor, ja. Nee, das sehe nur ich. Das ist klienseitig. Und wir haben noch was gemacht, da hat der Jury mir geholfen. Es gibt kein Tor mehr da vorne. Weil ich bin nämlich absolut dumm. Und mich triggert, wenn die Karre zerkratzt. Und deshalb musste das Tor weggerissen werden. Ich drehe durch. Hallo, Kogel. Und J21W, Dankeschön für den Prime im 16. Monat. Wo ist der Pinsel? Hashish! Ja man, hier. Team Hashish. Was denn da mit dem Tor? Das ist, das sag ich euch nicht. Gibt kein Tor mehr. Wir haben Tor weggerissen. Wir sind hingegangen, haben einfach weggemacht, die Scheiße. Sonneboome! Like, Mr. Emdica, vielen lieben Dank für die Wiese beim 35. Monat. Stufe 3. Sonneboome. Ich grüße euch alle, ihr wunderschönen Menschen. Ich grüße dich. Wer ist das denn? Oh mein Gott, ist der wieder da, Alter. Okay, zwei Tage her. Oh nö. Oh nö. Äh, Vermatter und wenn du die Karre nicht bewegst, werden die abgeschleppt nach zwei Tagen oder so. Ah. V-Rex, Dankeschön für die Wiese im 32. Monat. Kussi. Das ist ein Twinkie. Oh, 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 MashaAllah. Ja. Du musst nicht heut. Was, bist du am krassen? Äh. Ich bin am Ruhr. Oben? Ja. Was machst du denn da? Ja, was denn wohl? Ja, was? Ich bin am Begini-Wieger. Aber bitte nicht. Ich kann heute nicht, ehrlich nicht. Du gehst nicht heute. Wobei Gott, das ist schwindelig. Oh, das ist keine gute Kombination. Äh. Ja. Die durchdrucken. Die durchdrucken. Die durchdrucken. Oh, wie schwindelig. Ja, wie auch. Oh Gott. Ich komme jetzt gegen. Oh, tu mir das bitte heute nicht an. Ich bin so müde, ne? Das kannst du dir nicht vorstellen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, Gott. Oh, jetzt so. Das klingt so ekeler. Oh, ja. Oh, ja. Wirklich. Ich bin nochmal. Nein. Nicht heute. Oh, oh, Gott. Nein, bitte nicht. Quar Minuten. Ich hab's gleich. Jetzt muss ich da rumlaufen. Warte mal, bist du am Trainieren? Ja. Was machst du? Klimmzüge? Kann ich viel? Und jetzt so. Ich lach wie ein Idiot. Ich bin so müde. Was war das denn? Oh Gott, oh Gott. Warte, ich komm grad. Ja, ja. Dauert nur einen kleinen Moment. Oh Gott, oh Gott. Ich kann nicht mehr. Und du bist jetzt am Trainieren wegen deiner Bikini-Figur. Ja. Aber du zankst dich doch an den Schnacken. Ich bin lange. Was? Ja, wenn ich hier mal am Strand will. Was ist denn jetzt so schlimm daran? Nix. Das ist alles tippel-topisch. Du musst doch mit. Mit all den Sexbomben hier. Oh Gott. Oh. Wer darfst du denn? Ja, was? Ich mach' voll auch. Oh. Machst du Bauchball eine Kniekehle? Ja, ja. Ach, du Scheiße. Oh. Noch 40 Sekunden. Ich leg das hin. Oh Gott. Mir wird schlecht. Oh. Oh. Oh! Ahaha! Ahaha! Nein, nein! Ich glaube... Oh mein Gott! Es tut mir, Gott! Es tut mir leid! Nein, nein! Hey, alles gut, alles gut, ey, beruhig dich, oh, das ist mein Wicker. Was für ein Wicker. Ich bin fertig jetzt. Mir ist nicht gut. Mir ist nicht gut. Mir ist überhaupt nicht gut. Oh nein. Das hast du nicht getan. Das hast du nicht getan. Warte. Du bist ein Merkel, Alter, wo du bist. Oh mein Gott. Das muss, das muss. Ich spür meinen Puls in meinem Einen. Oh, wir machen jetzt nicht weiter. Warum tust du es wieder dann? Ja, was denn? Ich habe nicht gut geschlafen. Doch. Eigentlich schon, aber ich bin todes müde. Du bist immer müde. Ja, sorry. Entschuldigung. Ja, ja. Hast du jetzt ein Ja gesagt oder ein Ja? Weh, du rülpst. Alles gut, komm. Ich brauche noch die Klamotten, ich schwitze, ich schwein. Ach ja, warte, erst mal duschen. Was? Das ist nicht eine Welle ausgeschlagen. Was zum Teufel tust du da? Okay. Wir gehen los. Was zum Teufel. Ja, komm, heute noch. Die braucht noch hier Klamotten. Ja. Okay, Big Mama. Oh weh, du nennst mich Jama. Oh mein Gott, mir ist übel. Hast du was zu essen, Speckschnute? Äh. Na, ich habe Frosenjoghurt und Felschki Boomberry. Ich habe noch was zum Auto. Ich bin jetzt im Goldhandel, ne? Damit du Bescheid weißt. Ja, weiß ich doch. Hast du mir doch schon gesagt. Weiß ich nicht mehr. Ja, ich weiß. Oh, nee. Wo ist denn der Rasenmäher? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Der wurde bestimmt, warum auch immer, abgeschleppt. Wie geht's dir denn so? Ja gut, mir ist nur müde. Ja, ja, das ist ja nichts Neues. Warum bist du so schnell trocken? Weil ich ne... Ich bin halt heiß. Klasse. Man trocknet das alles sehr schnell. Okay. Oh yeah. Also mit mir kannst du heute nix anfangen, ich sag's dir. Oh, kein Ding. Heute hast du die Zügel in der Hand. Oh, geil. Nee, nicht so. Ja, wie? Nee, nicht so. Ja, wieso? Ja, was? Mensch, ich hab dein Auto übrigens geparkt, ne? Du? Ja. Oh. Man parkt nicht im Gebüsch. Oh, das war ja nicht wirklich im Gebüsch. Also, so kannst du das jetzt nicht sagen. Doch, das war im Gebüsch. Oh, nein, nein, nein. Warst du mit Pinseln unterwegs? Ja, 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 ja. Weil dein Auto steht hier. Ja, ja, ja. Nach drei Wochen ist der auch mal zu uns gezogen, der Penner. Ja, Mensch. So was ist halt ein großer Schritt, so. Sieht schon gut aus. Ja, mal rein in die gute Stube. Fahren wir mit deinem? Ja. Bist du sicher? Ja, ich muss das mal reinfahren. Ja, alles klar, Aliji. Oh mein Gott. Nicht gut. Oh, mach ein bisschen Platz hier. Mach du Platz. Warum sitzt du auf dem Kindersitz? Was ist denn ein Kindersitz? Du sitzt auf dem Kindersitz. Nein, komm. Oh mein Gott, das Ding ist ja schnell. Oh, keine Kratzer mehr. So, geh. Ja. Jetzt habe ich mein Gold vergessen. Komm, wir sind mal zurück. Ich muss das Gold unter die Leute bringen. Ich bin Khatá. Abo Pinat. Nix bist du. Doch. Verkauf es. In einem Doom Gangsterfilme immer. Ach ja, was soll denn das heißen? Nee, ey. Liebe doch nicht. Hallo, ich war hier um die Ecke am See, ne? Ich habe Gold geschürft. Was zum Teufel ist... Was das? Oh mein Gott, warte. Aua. Aua. Was hast du doch extra gemacht? Du mal Arschkuh. Mach doch mal ruhig. Ja, aua. Idiot. Selber. Wo sind meine Gold-Chiqui-Nuggies? Und bring mir mal was zu essen mit. Sorry. Ja, okay. Ich habe aber nur Frohsen-Joghurt. Watt. Hast du gehört? Watt. Ja, wie watt? Ja, was? Ja, ich habe nur hier sowas. Willst du mich verarschen, oder was? Was soll ich essen, Herr Ode? Ja, soll ich verhungern? Das ist doch gut. Ach, komm, ey. Das ist ja gar nichts. Oh mein Gott, da kann ich auch Staubkörner essen. Wirklich. Das ist Frohsen-Joghurt. Ja, das ist wie Suppe. Das ist nicht zu essen. Das ist auch zu trinken. Das stimmt doch gar nicht. Doch und doch. Also mein Bauch macht voll. Ja. Hast du einen Knick in der Aufdecke, oder was? Ich mach dir gleich einen Knick in der Optik. Ach, komm. Wir müssen den Rasenmäher gucken, ob der Ali den geholt hat. Der muss wieder nach oben. Das macht kein Ui-Age. Das können wir später machen. Das dauert ja, Evie. Ach ja, du bestimmst heute aus, die Züge lindert. Ja, ganz sicher. Okidoki. Ich kann ja auch sagen, bei diesem Burger-Man gehen wir nicht mehr essen. Warum? Ne, komm. Ja, wie, Ne, komm? Na, sind tatsächlich so, ich war mit dem Pinsel da. Ok, jetzt pass gut auf, ok? Ok, ich passe auf. Ich war da mit dem Pinsel und wir wollten eine Actionfigur. Wir waren schon ein bisschen eher da. Ja. Und ich so, Jo, Marianne, oder wie die heißt da. Ich so, Marianne, pass auf. Ich will so eine Actionfigur. Und sie so, ja, du musst doch noch 20 Minuten, 25 Minuten warten. Ich so, ok, dann will ich schon mal einen Burger. Wichser, ne, können ich nicht vorsichtig warten. Ja, ihr wollt eine Actionfigur. Ja, Marianne dann so, ja, in 25 Minuten gibt es die erst. Und ich so, Marianne, komm. Für mich kannst du das doch jetzt schon geben. Und sie so, nein, kann ich nicht, Mann. Und dann, ja, ich so, ok, dann bring mir einen Burger einfach. Und sie so, ok, kein Problem. Und macht mir dann so einen Burger, eben eine Cola mit hinterher, ne. Dann habe ich gesagt, pass auf, Marianne, die Musik hier drin ist schrecklich. Ich war draußen mit dem Pinsel. Ja. So. Und dann füllt sich der Laden. Der Pinsel hat schon wieder irgendwie so einen Schlaganfall oder so. Und, keine Ahnung, dann stehen da ganz viele Leute in der Schlange. Und der Piggy war auch da übrigens, ne. Ja. Und wir gehen dann so rein. Nach vorne an die Schlange, wo der Piggy schon auf uns wartet. Und die Actionfiguren. Und dann fängt es an mit den Leuten in der Schlange, die den armen Pinsel, unseren armen Pinsel, unseren allerbesten Kumpel, abstechen wollen, wegen einer fachlichen Figur. Weil wir uns vorgedrängelt haben. Und damit gedroht haben, dass die dem seine Sachen, die wir ihm geschenkt haben, abziehen. So, und dann, und dann haben wir, der, 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 hier, dieser Burger-Man hat das natürlich alles. Aber der Piggy hat doch so, ich habe nur nichts gewartet. Warum wollen die ihn abstechen? Ja, die wollten den halt einfach abschütteln. Was hat der Chef von Sogeladen gesagt? Ja, der hat gesagt, wir müssen uns Sünden anstellen. Aber der hat das genau mitbekommen. Wusste der, dass der schon voll da war? Ja, natürlich. Wir haben uns ja gesehen. Und da war ja auch diese Marianne. Und er ist ja auch nochmal extra zu dir gegangen. Ist der dumm? Und dann wird der gequatscht. Ja, anscheinend schon. Also, sorry. Ne. So war es nicht. Und der hat die nicht mal rausgeschmissen. Wie, die durften unseren allerbestensten Freund bedrohen und der hat die nicht rausgeschmissen. Der hat die nicht, der hat die nie rausgeschmissen. Gar nicht. Sie haben jetzt ihre Actionfigur, ihre Super-Toll. Ich sage es dir, ne. Also, der Typ ist einfach komplett los. Ja. Ne, da gehe ich auf jeden Fall so schnell nicht mehr hin. Dann fahre ich lieber zu Barbecue-Lodge. Oder, ich habe auch überlegt, pass auf. Und mit. Ich sitze im Auto. Na klar, komm ich bitte. Ja, ist auch gut so. Was hat denn viel Aussage? Alter, komm mit. Ich sitze im Auto. Komm mit. Du bist bescheuert. Das habe ich mein ganzes Leben noch nie gehört. Alter, komm mit. Ach, geh mal nun. Ach, komm. Ja, wenn. Wenn das sagt, du heilige Scheiße. Ja, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Wenn das losgeht, würde er nicht mehr essen. Ja. Dann. Dann soll er sich ficken. Ja. Aber, aber. Wir waren ja absolute Premium-Stammkunden. Hm. Wir kriegen unser Feld schon woanders. Unsere Bürger. Wir fackeln ihm die Bruder. Wir scheißen ihn im Briefkasten. Ja, genau. Wir schlagen seinen Fensterscheiben ein. Und dann scheißen wir in die Fritteuse. Und wir gehen erst wieder da essen, wenn er uns immer eine Actionfigur sichert. Aber das musst du dem erst sagen. Ja, aber. Ich rede doch nicht mehr mit dem. Der ist krank in der Birne. Da muss ich dem das sagen. Der ist doch einer von denen. Hast du vom Bischof die Kohle eingetrieben? Ne, noch nicht. Die klingen schon wie gewinnt dann, ne? Was? Ich habe ihn noch nicht erreichen können. Und von diesem nur Brian? Ich habe seine Nummer. Von dem habe ich doch die Nummer nicht. Ich auch nicht. Aber du hast doch hier von dem Dieder die. Ja, aber der gibt mir bestimmt nicht die Nummer. Fangen wir hin, ne? Ja, achte. Okay. Achte. Ja. Jedes Mal, wenn du in die Kurve fährst, habe ich Angst, dass das Ding umkippt. Ja, warum? Ist doch ausgeglichen. Ist eine fahrene Cola-Dosis. Ach, du wirst noch. Fast nur grün. Hier, schau dir dieses Schmuckstück mal an. Mit Tryfin. Ja? Guck dir das an. Wir machen einfach unseren eigenen Laden auf. Du meinst das ernst, ne? Ja, guck. Guck doch mal. Voll schick. Und wenn dir das nicht gefällt, dann... Wir haben kein Geld. Ach, komm. Oh mein Gott. Hier. Das ist auch noch ganz schick. Hat aber kein Drive-In. Aber das ist direkt um die Ecke von dem. Ja, aber wir sind besser. Willst du dich da reinstellen und da arbeiten? Ich nicht. Nee, natürlich nicht. Oh mein Gott. Oder guck mal, hier ist auch ein Drive-In. Aber hier war doch voll der Bürgernladen. Ja, und jetzt halt nicht mehr. Nee, ich wünsche Ihnen eine Gastro. Ich bin ein Goldverkämpfer. Nee, nee, wir machen ja auch nichts. Wir zwingen andere für uns zu arbeiten. Wir zwingen andere. Was ist mit dir passiert, Twinkie? Du warst nur so ein liebes... Wie... Kannst du mir verraten, was du hier tust? Ja, keine Ahnung. Twinkie, wir sind auf dem Bürgersteig. Oder wir machen ein Krankenhaus auf. Hast du einen Doktortitel? Hast du den am Flughafen bekommen? Nee, aber vielleicht kriege ich den in der U-Bahn. In der U-Bahn? Nee. Lass was anderes machen. Wir sind doch Taxifahrer. Ja, was willst du dem sagen? Du musst dich jetzt mehr Geld bezahlen für ein Taxi? Der fährt doch nie damit. Wer jetzt? Der vom Bürgerland? Wir müssen einflussreiche Menschen werden. Was müssen wir? Ich brauche einen Einfluss. Nein, ich muss einfließen. Ach, du weißt, was ich meine, Mann. Das ist... Ich bin drei Tage zu Hause und du bist komplett anders. Wie? Wie du? Warum willst du einflussreich werden? Na, damit solche Leute... ...mit sowas nicht durchkommen. Dann sag ich so... Ja, aber man kann doch mit dem Reden gehen. Ach, gar nichts. Doch, ich hab doch die... Der hat mich so aggressiv angeschaut. Der war kurz so vor mir in die Fresse zu hauen. Aber ich hab doch Deals mit dem am Laufen. Der weiß doch, dass das ja gute Kunden sind. Dann sag, er soll mal nachdenken. Ja, ich ruf den an. Ja, ich ruf den an. Ja, jetzt machst du das. Warum denn jetzt? Du machst das jetzt. Wir wollten Klabotten kaufen gehen für dich. Ja, stimmt. Ja. Ja, und ruf ihn doch an. Kannst du doch derweil. Ei, 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 ei. Mann, Mann, Mann. Immer dieser Stress hier. Ich komm sofort. Jetzt. Was geht? Ich bin am Telefonieren. Pfeifen auf einmal. Das weiß ich, weil du am Telefon mit mir bist. Jeff Cody? Ja? Was war denn da los mit meiner Frau und meinem bestesten Freund Pinsel? Ja, die haben sich vorgedrängelt bei uns im Laden. Die haben sich nicht benommen. Ja, da bin ich ja jetzt. Twinkie hat mir immer gesagt, dass die vorher schon im Laden waren und der Biggie, oh mein Gott. Und der Biggie für die einen Platz freigehalten hat und da laute Musik war im Laden. Ja, und dann haben wir den Biggie gefragt und der Biggie hat gesagt, er hat keinen Platz für die freigehalten. Und da war laute Musik bei dir im Laden. Und deshalb sind die kurz rausgegangen. Laute Musik? Nee. Ja, wieso? Du hattest wahrscheinlich ein Radio an. Ja, 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 ja. Wir haben da so jetzt auf der Toilette so Musik, damit man nicht so laut hört, wenn die da auf Klo gehen und scheißen. Und dann wird mein Bestes davon Pinsel mit dem Messer bedroht im Laden und du schimpfst nicht mit den Kunden? Doch. Wir sind Premium-Kunden. Ich hab den, Pinsel labert, scheiße. Ich hab den Typen gesagt, wenn er nochmal sagt, dass er Ronny abstechen will, dann kriegt der Hausverbot und dann hat er die Fresse gehalten. Und Ronny hat den halt weiter provoziert. Hm. Weil meine Frau will nix mehr bei dir essen kommen. Dann kommst du alleine, dann gibt's mehr Burger für dich. Bist du verrückt? Hm. Kennst du die doch? Ja, halt ab. Nee, nee. Wo will die denn sonst hin? Geht zum Barbecue-Lotten da essen oder was? Kannst du mit Twinkie reden? Können wir das klären? In einem Faustkampf einzeln einzeln? Ja, klar. Obwohl, nee, dann bleibt meine Faust stecken, wenn ich mich mit der bockse, so. Hey, hey, du redest hier immer noch über mein Pudding-Teilchen, ja? Pass auf, mein Ding. Ja, Wackelpudding kann Kugeln abhalten. Ich hab gesagt, pass auf. Bist du im Laden? Das ging in Speckfalte. Bist du im Laden, Herr Chef Cody? Äh, nee, ich bin gerade an der Metro. Ich sorg dafür, dass ihr nachher leckeres Essen bei uns essen könnt. Wenn wir denn noch kommen? Wenn Twinkie Nein sagt, dann heißt es Nein. Ja, dann heißt es auch Nein für eure Action-Figurensammlung. Ja, wir klären das schon. Ja, ja, ich glaub, wir kriegen das... Kannst du mich anrufen, wenn du in der Nähe bist? Äh, ja, ich ruf dich an, wenn ich wieder am Laden bin, ne? Okay, versprochen, nicht gebrochen. Apropos deine komische Tasche da, ne? Mhm. Bei YouLife gibt's da welche für 800.000 und für 10.000. Ja, das hab ich gesehen. Ja, ja, ich hab einen Typen gefunden, der wird dir 150 geben. Ach, seine 150 kann der sich in seinen Schuhe rang schieben. Ja, hab ich ihm auch gesagt. Zufälligerweise hab ich einen sehr guten Freund, für den ich einen Pilotenjob mach. Oh. Mhm. Und... Ja, und? Ja, es gibt nämlich einige Leute hier, die ein bisschen übertreiben mit dem Wert der Tasche. Und das muss ein bisschen ausgebremst werden. Das kann ich verstehen. Deshalb dieses 10 Dollar Angebot. Ich weiß. Damit die mal runterfahren, die Idioten. Er hat mir nämlich erzählt, dass so ein Tesseract gegen eine Tasche getauscht wurde. Gestern. Nee, vorgestern. Ja, gut. Okay, ich dachte... So ein Supersportauto wurde gegen eine Tasche getauscht. Ja, ja. Ja, ja. Okay, Chef Cody, du sagst dann Bescheid, wenn du stoppest. Ich ruf dich einfach an. Ja, gut, bis später, ne? Ja. Ciao. Bye, bye. Der hat sich voll entschuldigt, ne? Der hat gesagt, der ist an der Metro und wenn der kommt, dann ruft der... Hallo. Ja, komm. Kannst du mir mal zuhören? Ja, ja, ich hör dir doch zu. Ich kann laufen, um zuhören. Ach so. Mein Gott, so. Haben wir treffen uns mit Chef Cody? Mhm. Und der sagt, der Pinsel lügt, obwohl du mir das erzählt hast. Ja. Und der hat den anderen Mann, hat der verwahrt. Verwahrt, super. Team Hashish? Scheiße, hast du Hashish gefüttert? Oh mein Gott, wer ein Böbel. Wartenpaket, oder? Ob ich Hashish gefüttert habe? Ja. Natürlich nicht. Seit wann hast du eine Lameehose? Nein, ich habe ja einiges, aber das ist nicht das, was ich wollte, Ma'am. Ist das eigentlich sexistisch, wenn ich... Oh mein Gott. Oh, das ist doch schick. Du bist ja meine Frau, ne? Ja, richtig. Dann darf ich das ja sagen. Peachy, was geht? Lieb. Anderes Oberteil. Ja, ja, aber ruhig dich. Mach, was ich dir sag. Du hältst dein Maul! Okay. Ja, Ma'am. Okay. Hallo, X-Flo. Mann, Mann, Mann. Nein, das ist klientseitig. Immer dasselbe hier mit dir. So. Okay. Gefällt's dir? Ein Gentleman schweigt und grießt. Na, go. Ich bin nicht dein Hund. Kiss gleich. Da klatscht es. Oh, da hinten. Halt die Klappe. Oh, da ist ein Linienbus. Da saßen sogar Leute drin. Was wollten wir jetzt machen? Ich brauche jetzt... Okay, der ruft mich an, wenn du in der Stadt bist. Der ist in der Metro oder so. Okay. Das Ding ist, aber ich habe jetzt Hunger. Wir fahren jetzt zur Kuchen-Mafia. Puh, nö. Oder wir gucken, ob die Lounge aufwacht. Ja, besser. Ja, okay. Ich mache die Kuchensache nicht. Der hat halt tatsächlich an den Bushaltestellen. Der ist ja absolut super, der Typ. Der ist verloren. Hast du gerade gesagt, das sind alles Huren. Ich sagte verloren. Ich habe es heute nicht so im Zuhören. Nein. Ich habe aber, oh mein Gott, was ist nie los? Guck dir mal die Straße an. Alter, war das Dach denn in der Scheiße. Stimmt hier irgendwas nicht? Ja, aber die war kaputt. Da waren 30 Löcher nur. Schnell weg hier. 1, 2. 1, 2. Nur 30 Löcher. Halt du deinen Maul. Das sind schon echt viele. Und du sagst nur. Ja, aber manchmal habe ich 140 Löcher. Im Zahn, ja. Nee, du im Zahn. Weil die nie die Zähne putzt. Ja, komm. Du frisst nur die Zahnpasta. Ja, die schmeckt aber auch immer so gut. Ach, du Ruhe. Ich vertrag das nicht mehr so gut. Baba U, guck, diese Sterne in diesem Himmel drin. Das sind keine Sterne. Na klar, das sind Sterne. Bist du ein Blindfisch? Ach, komm. Ich habe gemacht, diese Himmel. Mit meinen Händen. Ich sehe die. Nix hast du. Klar. Ich habe die Sterne vom Himmel geholt und die in die Augen gelegt. Hm. Deshalb schielst du so. Hm. Du schätzt gleich. Oh mein Gott. Nichts so gut hier. Ich glaube, wir ziehen aufs Land. Aufs Land? Mhm. Du wirst schon wieder umziehen. Nee, 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 nee. Aber wenn wir jetzt gleich Zeit haben, können wir kurz zum Ali fahren. Wer? Hm? Wer? Wie, wer? Wir. Wer? Ali. Wer ist das? Der Abschlepper. Ach so. Kennst du nicht Adi und Schückel? Die suchen nur deinen Keller. Nach wertvollem Schätzen. Ja, dann sollen die mal in meinen Keller kommen. Warum muss ich an Kevin Alleins ausdenken? Warum? Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht. Warum verbinde ich das in meinem Kopf? Und du hast die letzten Tage irgendwas geträumt. Ich meine, du hast so viel geschlafen, da muss ja ein Traum zustande gekommen sein. Ich erinnere mich noch an meinen absolut kaputten Schlaf-Dings. Das ist aber kein Ding. Weißt du, ich bin aufgewacht, um Sachen zu vergessen. Du dummes Arsch. Ach komm. Booyaka, booyaka. Jungle is massive. Booyaka, booyaka. Ich fühle mich wie Hali-G, der fällt aus in den Augen. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Oh, diese Rennschnecke, ne? Welche Schnecke? Na, diese Rennschnecke. Der gelbe Blitz. Ach so. Was war das denn? Das war das Geräusch, wenn ich an dir vorbeifahre. Bei dir kicktet heute auch wieder. Ja. Wir müssten auch mal den Rappler zum Tuner fahren. Eigentlich haben wir viel zu tun. Ich möchte ihn in den Tiefel legen. Hast du Geld zum Tunen? Ja, hab ich. Ich hab 50.000 Dollar. Nein, du meinst, ich habe 50.000 Dollar. Nee, ich hab. Pass mal auf. Nein. Ist Schluss jetzt mit Lohr. Wir haben da mit dem Bishop geklärt. Nee, halt's Maul. Du hältst. Du redest so nicht mit mir, Freundin. Du redest nicht so mit mir. Du redest nicht so mit mir. Wer denkst du, wenn du bist, wenn du gegen mich disst? Ist reich. Ist reich. Okay. Du warst wohl ein bisschen zu lang in deiner Traumwelt. Und dann wieder, ganz einfach. Was? Ja, nix. Was ist denn eine Steckdose? Nee, so redest du nicht mit mir. Wer bist du denn? Ja, du redest doch genauso mit mir. Ja, wie? Wer bist du denn? Ja, ich bin's Trinkie. Ja, und ich bin's Peanut. Du hast auch deine Rechte abgelegt mit der Heirat. Was hab ich? Ja. Ich hab nichts. Pass auf. Ach komm, die waren doch schon weg. Lange. Die waren doch nicht weg. Ja. Ich hab nix unterschrieben. Und ob du das hast? Den Zettel will ich sehen. Ja, gar nicht gezeigt. Ohne Witz, ich hab schon wieder vergessen. Und du glaubst, das ist ne Waschmaschine. Barbecue-Lunch, ne? Hm. Ei, 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 ei. Nix gut heute, mein Auge. Nix gut. Ui. Oh, soll ich etwa langsamer fahren? Nee, passt schon. Oh, okay. Aber was ist hier los, Alter? War das schon immer so? Hätte ich auch nicht gemacht. Alter, ich hab gefühlt 5,5 PS nur. Boah, richtig gut dumme Enkel gefahren. Joa, ne? Wenn man ganz leise ist, hört man sogar den Motor von dem Auto. Mhm. Wenn ich mal leise sein würde. Weißt du doch, wo wir hier essen waren? Und du deinen Arsch abgewischt hast an der Gardine? Weil die kein Klopapier hatten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das war wohl nix. Tiki. Ja, was denn? Das sieht voll teuer aus, das Auto. Oh. Wahnsinn. Mindestens. Du schaffst, dass der Besitzer nicht ist. Tiki in der Club. Tiki in der Club. Sieh mal die Hose hoch, bist du. Ach, zieh dein Leben hoch. Du bist so frech, ne? Irgendwann knallt's, Mädchen. Ich sag halt dir, ich bin Abu Peanut. Gib Ruhe. Gib du Ruhe. Oh, nö, nö, nö. Ist schon wieder der. Der ist jeden Tag hier. Hallöchen. Guten Abend. Ah, zum Glück, das bist nicht du. Hallo. Was bin ich? Was? Ne, gibt's doch noch einen anderen Kellner. Der ist ein bisschen... Sie? Komisch. Weiß nicht, wie der heißt. Gut. Der ist komisch. Ich will zweimal Menü zwei. Wenn ich wüsste, was das wäre, dann ja. Die kommt direkt zur Sache. Guck auf die Karte. Wir haben keine. Ah, die hatte doch Menü zwei. Hast du dem gerade gesagt, dass du auf die Karte gucken sollst? Ja, klar. Ich möchte am liebsten nach Hause. Das ist mir so peinlich gerade. Ach, gib Ruhe. Entschuldigung für das Benehmen meines Mannes. Ha, das musst du gerade sagen, Alter. Willst du mich horchen? Ach, komm. Ich bin nicht auf. Boah, die kann so froh sein, dass ich in dieser Rolle drin stecke. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte mich nicht verlangen, die anzuschreien, Alter. Mann, gib mir was zu essen. Ja, dann hau raus, was willst du haben? Ja, wo soll ich da anfangen? Irgendwo. Ja, was habt ihr denn nochmal hier? Jetzt hättest du das vergessen, weil es hier auf der Speisekarte steht. Das hast du ja tätowieren lassen. Ähm, wollt ihr das Rassistische hören oder das Rassistische? War, 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 was? Wie bitte? Ich könnte jetzt, äh, nach ihren... Warte, das ist mal Rassistische. Gibt es hier einen panierten Hitler oder was? Nein. Äh, ich könnte jetzt nach ihren Körper, äh, Proportionen gehen. Alle einen Fußliften. Halt die Klappe. Oh mein Gott. Gut, ähm, ich kann, wir haben einmal ein Barbecue-Teller, Barbecue-Burger, Beef-Jurky, Chicken-Burger, halbes Händchen, Albon-Steak, Pulled-Pork-Sandwich. Wir haben Span-Ferkel, Spare-Ribs, Steaks, Bratenbrötchen, Gulasch, Chili con Carne, Erbs-Eintopf, äh, Curry-King, Schoko-Eisbecher, Vanilla-Eisbecher, Grilled-Cheese-Sandwich. Okay, mach mal, mach mal hier einen Punkt. Ja gut, dann mach ich. Ich will zwei Span-Ferkel haben. Ganze. Gut, das kriegen sie, äh. Und zwei Koks dazu. Darf ich da mitessen oder muss ich mir was eigenes bestellen? Du musst ja was eigenes bestellen. Soll ich Span-Ferkel und was noch? Und zwei Koks. Und vielleicht ein Schoko-Eis. An alle meine Brüder und Schwestern, die grad fasten. Ja, ja. Wenn euch das zu viel wird, macht einfach Stream aus. Ich weiß es schwer. Und ein Eis. Welches Eis möchten sie denn haben? Wir haben Vanilla und Schoko. Kloppen sie einfach jedes Eis mit Samen im Mixer. Wie viele? Von den Kugeln. Ach komm, hör auf zu lügen. Ach, geh ruhig. Du hast vorhin Sport gemacht. Heute sind es eng, so viele Eiskugeln. Gut, äh, Bestellung zusammen oder Bestellung einzeln? Ja, das ist jetzt nur für die wunderschöne schlanke Dame. Okay, alles klar. Dann wären wir einmal bei Ihnen bei 605 Dollar. Und... Du hast grad Essen bestellt für 605 Dollar. Ja, aber... Span-Ferkel ist grad nicht allzu günstig. Äh, mein Gott. Leitstelle des Barbecue-Deutschlands Kaisers, was kann ich für Sie tun? Ich hab' ne Leitstelle? Ja, wir sind da. Alles klar. Perfekt, dann kommen Sie vorbei. Ciao. Wir haben ne Leitstelle, ja. Äh... Was kann ich... Was kann ich... Aber es hat mich eher so, so... Frag' ich. Äh, frag' ich. Ähm... Restebring-Telefon, hier zum... Wie kann ich Ihnen helfen? Leitstelle. Gut, aber es muss dem Mann seinen Job machen. Es machen halt auch viele Bestellungen über Telefon und holen es dann später ab. Der Herr, was kann ich denn für Sie tun? Ich bekomm... Oh, die brauchen nichts. Guck den an. Ach komm, heizt's Maul. Ich hab' auch Hunger. Ja. Die Grilled-C-Cheese-Sandwiches. Sechs Stück. Okay. Vier Cola. Warte, ich muss mir das denn kurz ausschreiben. Okay. Ich hoffe, dass der Kuli nicht leer geht. Geht nicht. Alles gut. Äh... Ansonsten rufst du die Leitstelle an. Ich bin die Leitstelle. Äh, vom Cheese-Sandwich... Sechsmal und die Cola sechsmal? Ja. Und ich krieg auch einen Eisbecher, Schoko. Ne, drei. Okay. Die Rechnung machen wir zusammen und das zahlt meine Frau. Weil die verwaltet nämlich unsere Gelder. Also macht sie... Nee, ist ja jetzt alles wieder einzeln. Ach komm, ist nicht einzeln. Du verwaltest das. Du zahlst. Ja, okay. Okay. Gut, weil das hätte ich gerne früher gewusst. Egal. Ich hätte nämlich schon wieder richtig Bock ins Casino zu gehen. Könntest du dir sowas von abspringen? Ins Casino? Ja, ich bin spielsüchtig. Okay. Äh, dann... Nochmal Cheese-Sandwich. Aber trocken seit über ne Woche. Das ist doch gut. Sparst du dir auf alle Fälle einiges mit Geld? Äh... Naja, ich hab da eh keins. Nochmal Cola. So... Da wären wir bei 1200. Ich besorg das eben alles und Rechnung gibt's gleich. Alles klar. Alles klar, Bärchen, Bärchen. Was meint der damit, der besorgt das? Der macht das fertig. Was ist denn da im Kamin? So ein... What the fuck? Kann das sein, dass die Möbel hier anders sind? Ich weiß es nicht. Wieso? Was ist denn das da in der Theke? Können Sie mal bitte vom Sofa runterklettern? Ja. Ich bin übermüdet. Mein... Das ist nicht mein Tag. Ja, ich merke schon. Nicht schlimm, man macht mir nur solche Tage. Zum Thema Auto zurück. Ich möchte das gern tun. Also tiefer gehen. Also das klingt doch schon viel besser. Ja. Ich hasse dich so sehr dafür. Ja, was denn? Du bist selbst dran schuld. Irgendwann brech ich aus meinem Käfig aus. Ich hab dir gesagt, mach's nicht. Du hast... Du dachtest das wertige Söge. Glückstiele scheiße. Ja. Oh, der Herr und die Dame. Ich wär soweit. So schnell fertig gekocht? Ja. Boah, aber schneller kochen. Wir haben gute Maschinen. Äh... Sie bezahlen, ne? Ja, richtig. Alles klar. Dann würde ich Ihnen einmal die Rechnung ausstellen von 1220 Dollar. Ja, machen Sie 1,4. 1,4. Ich danke Ihnen. Du bist immer geizig. Ich hab geizigere Leute. Oh, Telefon. Mein Telefon vibriert. Brum, brum. Gut. Schlaf den Wagen, dann meistern. Dann einmal bitte bestätigen. Oh, ja. Oh, danke schön. So. Kein Problem, Lisa. Ja, hallo Chef Cody. Ja, ja. Ich bin jetzt gleich am Laden. Okay, wir sind gerade noch in der Autowerkstatt. Wir kommen noch. Beimal Cola. Ja gut, easy. Dann bis gleich. Okay. Tschüss. Tschüss, Koski. Und ein Schokoladeneisbecher. Danke schön. Bitte schön. Und jetzt einmal... Der Herr. Danke. Ich hätte einmal für Sie 6 Seinfürkisches. Dank schön. 3 mal Eis. Dank schön. Und 6 Cola. Dank schön. Perfekt. Ich tue das auf den Tisch hier. Mach das mal. Äh. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Danke. Und lassen Sie es sich schmecken. Danke. Alles klar. Ich glaube, das Eis haben die auch in der Mikrowelle getan, so schnell wie das fertig war. Ja, da holen die raus. Du hast eine Gefrierfracht. Ach stimmt. Ach stimmt, muss man gar nicht zubereiten. Der Chef kommt ja lang. Okay, ich warte eben eine halbe Stunde, dann rede ich weiter. Ja. Merkt? Ja. Das hast du nicht gemacht. Das hast du nicht gemacht. Ja, was ist denn? Oh. Oh. Oh, wie ist denn? Okay, bin sehr tief. Mach doch nicht mit mir, bitte. Nicht heute. Ja, okay. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich immer mehr introvertiert werde und du rast es komplett aus. Ich habe dem Chef Cody gerade angelogen. Ich habe gesagt, wir sind in der Werkstatt. Obwohl wir bei Konkurrenz sind. Ja, keine Sorge, ich sage ihm gleich, wie süß. Ja, dann sagt er, ja easy, dann geht er da essen. Der Knallkopf. Hast du dir mal aufgefallen, dass der einen viel zu kleinen Kopf hat? Für seinen Körper? Ja. Der ist wie der Typ von Man in Black. Diesem Elgin, der den Kopf weggeschossen bekommt. Und dann wächst er so nach und dann ist der klein. Ja, vielleicht. Du hast gefälligst, wenn ich schwitze mache. Ja. Oh mein Gott. Wo ist dein Spinsel, der Penner? Ja, das ist eine gute Frage. Meinst du, der hat mich einmal angerufen? Nö. Der fragt mich, wie es mir geht. Äh, mich ruft er aber auch nie an. Ich bin ja auch sein erstbestester Freund. Ne, ich bin sein erstbestester Freund. Ach ja? Ja, ich war wenigstens für ihn da, als diese Typen ihn bedroht haben. Weißt du, wie oft ich schon für den da war? Erzähl mal. Ich wusste das, du fragst. Und ich hab keine Antwort darauf. Du bist so gemein. Das ist gemein. Schon sehr oft. Ja. Schon sehr oft. Ja, wenn du das sagst. Brauchst du ja nicht glauben. Was ist das, der Beatbox? Müsli, müsli, yum, yum, yum. Ja, man macht mal Liebe, Chat. Ich lese gleich, selbst vor. Dankeschön. Danke. Oh, da hinten sind wir. Also. Dann fahren wir jetzt gleich zum Schiff, Cody. Und dann holen wir mein Auto, okay? Ja, okay. Ja, dann auf. Jetzt schon? Ja, oder bist du noch nicht fertig? Ich nimm mit dann. Ja, okay. Dann pack es in deine Hosentasche. Hab ich schon. Okay. Sag erst, dass du mich lieb hast. Was? Sag erst, dass du mich lieb hast. Du brauchst eine Flöte. Ich bin wie ein Lachser. Auf welcher Route war das? Weiß ich doch nicht mehr. Du bist ja so ein Pokémon-Freak. Ja, weißt du, ob ich das wüsste? Boah, ich hab dich lieb. Jetzt geh. Geh doch. So, wir hauen wieder ab. Ciao. Meine Frau muss krachen, deshalb müssen wir los. Ja. Bye, bye. Viel Erfolg. Das auch. Was, die Leute sich wohl immer denken? Du, ich hab keine Ahnung. Ich wette, die brechen gerade alle drei zusammen. Ich zieh die Hose hoch, Mann. Oh, was denn? Das ist ja schon eine Einladung. Oh, komm. Ey, aloha. Wir sind hier nicht auf Hawaii-Kollege. Aloha. Ja, ja. Bist du zu Rangio Johnson oder was? Äh, nee. Was hast du? Mein Mitarbeiter hat gesagt, sie haben gesagt, ich bin unfreundlich zu ihnen gewesen. Nein, nicht du, der andere. Welche andere? Hier arbeitet noch einer. Nee, nicht mehr. Oder wurde der schon wieder gefeuert? Ich hab die, ich hab die ganzen Bums hier abgekauft vor kurzem erst. Ja, okay, wir waren schon länger nicht mehr hier. Der hat vorher so einer gearbeitet, der hat so ein bisschen, also kein Hate gegen den Mann, so ein bisschen gelispelt. Der war mega komisch. Ja, ich weiß, wen sie meinen. Nee, aber der arbeitet hier nicht mehr. Also wir haben jetzt komplett neues Personal und wir arbeiten halt mit dem Bloody Ocean unten. Zusammen, wir können eigentlich, ne, Bloody Ocean und Barbecue Lodge können ja jetzt offiziell irgendwie zusammen. Was ist denn, Bloody Ocean? Ist das so von dem Blatt? Nee, nee, nee. Ist das nicht gegen? Nein, nein. Sind sie kriminell? Dann können wir nicht mehr hier essen. Nein. Genauso wie die Kuchenmafia. Genau, Kuchenmafia, Bloody Ocean, wo lange mal denn hier? Wie, Alter, gibt's Fisch zu kaufen? Fisch, Aussagen und sowas. Bei Wookies? Nee, nee, nee. Unten beim, 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 ich weiß nicht, nutzen sie die Postelcode-Erweiterung für ihr Handy. Ach, das ist für eine Postelcode? Nee, ich hab keine Apps auf dem Handy. Aber ich hab einen Stadtplan, da sind Koordinaten drauf. Ja, gut, dann auf Ihren Stadtplan. Ja. Ja. Na klar. Ja. Nee, leider hab ich eine andere Stadtkarte, als Bayerbosch. Mittlerweile kenn ich mich gut aus. Das ist ein Nativ und Bums. Ja, gut. Wo ist denn das? Äh, bei 70.062. Das ist am Great. Meister, ich hab andere Stadtplan, nix Koordinaten, einfach so selbst gemalt. Also, also selbst gemalt, ja, äh, Richtung, Richtung Stadt unten, Richtung Pier. Richtung Pier? Ja. Da ist so, da, da gibt's so ein großes, großes... Du kriegst gleich ja? Da ist ein Friseur. Ja, da gibt's ein, da gibt's ein Parkhaus mit einer, mit einer fetten 18 drauf. Das ist beim, äh, im, äh, im Pacific Gloves dort. Ach, du meinst den Tennisclub-Ding? Die, 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 ja, ja, das Resort da unten. Da gibt's Fisch und so zu kaufen. Wer drauf steht, so Lachs mit Salzkartoffeln und so. Oder auslösen. Oh, hierzuwissen. Ja, da machen wir doch mal einen Abschlächer hin. Und Pizza. Das auch ein Restaurant? Ja, das, das ist, das ist ein, ja, so ein, so ein Lieferservice-Restaurant, so in die Richtung. Oh. Lieferservice. Das solltest du mal deinem Kellner hier sagen. Der hat mich vorhin gesagt, der ist die Leitstelle. Äh, ja, äh, okay. Ja. Also, wenn ich bei einem Restaurant entrufe, will ich nicht hören, dass die Leitstelle am Telefon ist. Naja, wir liefern ja auch. Deswegen haben wir jetzt... Ja, aber... Okay, hast du. Die ist nah. Übersauen, Knallkopf. Das ist richtig. Okay, dann können wir hier öfter hin. Wir haben nämlich Stress mit dem Bürgerladen statt. Oh, okay. Wir haben uns wie Scheiße behandelt. Oh, das hört man nicht so gern. Unser bestester Freund Pinsel wird fast abgestochen noch. Oha. Und der Chef hat nichts mit den Tagen dagegen. Das ist nicht so toll. Dem werfen wir jetzt die Scheibe ein. Ich hoffe, Sie reagieren bei sowas anders. Mhm. Naja, ihr seid immer herzlich willkommen. Ja, supi. Was kostet ihr eine Goldmitgliedschaft? Eine Goldmitgliedschaft gibt's bei uns aktuell noch nicht. Darum solltet ihr arbeiten. Genau. Wir sammeln gerne Punkte. Ah, die sammeln gerne Punkte. Oh, ich stehe noch Free Food. Also, ich lass mir dann mal. Übrigens sind wir ja im Kritiker, ne? Okay. Mhm. Mhm, pass bloß auf, du. Rucke Zucke gibt halt einen Halbensternabzug. Dann werde ich euch mal so eine... Nächstes Mal wollen wir einen Platz am Fenster. Kriegen wir auch hin. Eine Bonuskarte fertig machen. Ja, so eine Stempelkarte. Ja, ja. Für jedes Mal, wo ihr seid, kriegt ihr einen Stempel. Und dann irgendwann kriegt ihr mal was umsonst. Ja, genau. Das ist mein System, was uns gefällt. Ja? Okay, das kriegen wir hin. Ja, fancy. Okay. Ja, super. Dann hau mal rein, Alter. Ja, super. Entschuldigung, Meister. Das ist ein bisschen zu lang im Ghetto gewesen. Ja, ja. Dann euch doch. Viel Erfolg. Hau rein. Ja, tschüss, tschau. Ich denke, ich hab hau rein gesagt. Hau rein. Nee, Schüsse kostet die Späße. Oh, das ist aber nett. Die haben die Besitzer hier gewechselt. Mhm. Dann haben wir ja jetzt ein Ass im Ärmel, ne? Richtig. Wenn der uns schlecht behandelt und uns gleich nicht entgegenkommt, dann essen wir eben eine Barbecue-Lunche oder ein Fische-Restaurant. Ab jetzt mach ich Videos für Galileo und Test-Restaurants. Nämlich Pinatschröner. Und Wasserrutschen. Ja, und Wasserrutschen. Und XXL-Schnitzel. Ich liebe Amerika! Pass auf! Was für ich? Ich bin auf meiner Fahrbahn. Ordentlich. Das müsste jetzt gleich auf der rechten Seite sein. Richtig. Das Leitstellen-Restaurant. Der hat's auch nicht verstanden. Mit Handy-Applikationen auf dem Handy mit Stadtkarte. Boah, die Jugend mit ihrer neuen Technik, ne? Ja, du sagst das. Also ich hab einen Stadtplan in Hand genommen bekommen am Flughafen. Und einen Führerschein. Und einen Führerschein. Marsha, das ist mein Geburtstag. Und einen Flughafen anscheinend auch. Warum haben die hier keinen Fisch-Restaurant-Rookies? Weiß nicht. Äh, Entschuldigung. Ja, okay. Ich weiß nicht. Oh, du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Das stinkt. Komisch. Am Geruch ändert sich nix, ne? War man von dir kommt oder von mir? Das war aber komisch. Och. Ja, ja, ja. Server, you dick! Pass auf, die ham ja dings! Hab ich gesehen. Am anderen. Dienstag. Dienstagabend war ich Ruhe aus unterwegs. Guck mal, hier haben die sowohl. Ja, ja. Brode gemacht. Mit der amerikanischen Flagge. Weil wir sind ja hier in Amerika. San Andreas. Warum auch immer? Ich sehe da nie jemanden rumstehen. Weil du es gerade zum ersten Mal siehst? Nein. Nicht? Nee, ich bin ja schon gar mal vorbei. Ach so, wusste ich nicht, dass du unter... Oh mein Gott. Der hat die Tür aufgehabt. War ja sogar schon mit dir vorbei. Lass mich, ich bin müde. Ich check gar nichts mehr. Du bist einfach... Ach, du bist alt. Oh nein. Du bist älter als ich. Das ist nicht wahr. Wie alt bist du? Ich bin... Oh. War so. Hallo Herr Newry. Präbiot Pinot, sag jetzt nicht, dass ihr mit der kleinen Taschensakete unterwegs seid. Doch mit dem gelben Mopel. Warum bist du denn zu Hause? Na, ich bin euch gerade nicht kennengekommen. Ach, du hattest die Tür... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich fände einfach weiter, jetzt wäre nichts. Du hattest die Tür auf beim Fahren, Herr Newry. Wird die Tür laufen? Ja. Nein. Wir sind auf dem Weg zum Chef Cody vom Burger Line. Cody? Ja, die haben meine Frau und den Pinsel schlecht behandelt. Was haben die denn angestellt? Die haben... Da wollten welche den Pinsel abschlechen und der nächste ging tat. Und du? Die wollten den Pinsel abschlechen? Ja, die haben es da hingestellt wegen Actionfiguren und bla bla bla. Warte, ich bin schon wieder in Kofferräumen dran. Wo sind die denn hin? Ich bin gerade auf dem Weg zum Sandy Airfield. Da soll ich mich treffen mit jemandem. Aber nicht wieder mit den Gangstern. Ja, die Gangster, die sind irgendwie in die Löcher verkrochen. Besser ist so, besser ist... Manche haben sich wohl auch ein Ticket genommen ins Ausland. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Hoffentlich nicht auf die Partyinsale. Ach, du heilige Scheiße. Apropos Partyinsale, ich hätte eventuell ein paar Flugaufträge demnächst für dich, wenn du Lust hast. Ja, warum musst du das? Wer fährt? Haben sie Bock? Ich finde, willst du Stewardess sein? Was muss ich machen? Leute anschreien. FIB-Leute anschreien. Ja, das kann ich. Und Medic-Leute anschreien. Guck mal, ist ein Stalker. FIB-Leute und Medic-Leute anschreiben. Was machst du da? Twinkie? Ja, ja. Irgendwas stimmt, meine Frau nicht. Hast du sie wieder zu lange allein gelassen? Warte mal, wolltest du das Auto klauen? Nein. Nur einfach. Du hast geguckt, ob's auf ist. Nein, 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 nein. Pinsel ist ein schlechter Einfluss für dich. Nein, 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 nein. Wollte klären, dann hast du schon mit Pinsel gemacht. Ähm, ja, ich hält Interesse. An Job. Und Twinkie auch. Ja gut, dann, ähm, gucken wir mal, dass ich da genau ein Datum habe. Und dann meldet ihr mich nochmal. Dann mal das nochmal? Weiß ich noch nicht genau, wann. Es ging bloß darum, ob du erstmal Lust hast. Äh, das nächste wäre, glaube ich, irgendwann um den 20. Nächsten Monat rum. Ach so. Vielleicht auch früher noch was. Also ist noch Zeit bis dahin. Ja, richtig. Okay, Herr Nui. Dann können Sie sich einmal hin, wenn Sie fertig sind mit Ihren Mafiageschäften. Was für Mafiageschäfte? Ähm, jetzt will ich den Personen treffen, Flug, Flugplatz, ne? Genau, am Flugplatz. Oh mein Gott. Möchte auf dem Flugplatz. Wolltest die Stadt echt nicht... Ah je. Ja, ganz genau mit dem Sack. Okay, am Schilder. Ja, hörst du rein. Tschüss, Sikowski. Na, tschüss. Du musst du das sein. Ja. Du ziehst einen heißen Fummel an und schreist die Leute an, die sich nicht anschneiden im Flugzeug. Alles gleich ein bisschen. Ja. Aber eventuell ist nächsten Monat. Oh, das dauert. Der kam uns gerade übrigens, dann gehen wir mit der offenen Tür. Oh, okay, das ist der Spinner. Ja. Der ist verrückt, der Mann. Ähm, was? Warum hast du gerade versucht, den Auto einzusteigen? Ähm, ich wollte nur sicher gehen. Nicht, dass da irgendwie was passiert ist und jemand könnte das Auto halt klauen, weißt du? Ich wollte nur abschicken, dass die auch so dran gedacht haben, dass... Auf Klautur? Nee. Ich schlache mir ne Fresse, ne? Nee, waren wir nicht. Dem ging es ja auch voll beschissen. Er war mir nicht asozial. Wir haben... Wir fotografieren asozial. Ja. Ich muss mich doch mal zu Ende reden. Ja, okay. Dem ging es halt nicht gut. Wem? Dem Binsel? Ja. Und dann bist du mit dem auf Klautur gegangen. Nein. Konnte ich ja nicht. Der hat die ganze Zeit Migräne gehabt. Ja. Ja. Dann soll der mal eine SSD-Tabletze nehmen, der Idiot. Ja. So warte jetzt. Ja, besser ist es für den. Aber die bringt mir gerade auch nichts. Ich hab davon fünf. Dann überdenk doch mal dein Handy einstellt. Deine Klappe, Alter. Ja, das ist der Stadtplan schuld. Wir gehen dann nicht rein. Da steht du, oder? Oh mein Gott, was ist los hier? Aua. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du redest. Ich hab Angst. Was ist denn? Nix. Mein Finger ist zaub. Das regt mich auf. Junge. Wunderschön. Hallo. Tag, Tag. Was ist denn Tag, Tag? Ja, guten Tag. Ach so, guten Tag. Das ist die doppelhöfliche Form. Es ist die doppelhöfliche Form. Na wo, Digga. Why are you kept on the mail? Ah, so. Schafs-Code, die haben sich schon den Anwalt hier angerufen, oder was? Den Anwalt? Ja. Ja, nee, den Bestatter. Bestatter. Ja. Das ist doch der Migi-Jiggi. Das ist richtig. Wirst du? Das ist aber mein Nebenjob. Als Bestatter. Meine Frau ist super wütend. Mhm. Ja. Ja, dann erzählen Sie mal. Frau von Herrn Kinder. Da können wir ja bestimmt mal in Ihr Büro rein, oder nicht? Natürlich. Folgen Sie. Ist da aber genug Platz? Willst du mitkommen? Pi mal Daumen. Er wollte eine coole Tasche kaufen? Du hast keine Wahl. Ich habe eine für Louis Vuitton Supreme. Wie viel? Was bietest du? Äh, 40.000. Guck mal live, guck mal die Live-App. Ja, ja. Mit deinem Live-Dings? Dann ruf mal da an. Und ich gebe dir 10 Millionen, wenn du da mal eine reifst. Hallo, tschüss du. Hallo. Was kriege ich dafür? Ja, ich gebe dir 10 Millionen Dollar, wenn du da eine reifst. Sag, wie wird das? Hey, wartet auf mich. Ich... Alter... Ich darf aber... Darf ich sitzen? Okay, Alter, nicht. Ja. So. So, Herr Cody. Ja, Cody. Das ist ja das letzte Mal nicht so optimal gelaufen, ne? Meinen Sie, als Sie sich vorgedrängelt haben? Na, wir haben uns ja nicht vorgedrängelt. Wir waren ja schon lange da. So, und dann sind wir halt rausgegangen, weil dieses Radio, die einfach dauerhaft Musik spielt. Und zwar irgendwie eine Choccalucca-Musik. Mhm. Mhm. Spanische Musik. Und gerade der Pinsel ist sehr anfällig für seine Schlaganfälle. Und dann geht's ihm halt einfach eine Weile lang nicht gut. Und dann muss ich natürlich auf den Aufpassen. Und das Sicherste ist natürlich einfach mal ein bisschen raus aus der ganzen Action zu gehen. So, dann können wir nicht die ganze Zeit da sein, so. Aber es ist ja einfach blöd, wenn wir dann trotzdem, äh, natürlich ihre Essen essen wollen und die Actionfigur natürlich auch noch sammeln wollen. Mann! Sie müssen sich ja nur fünf Minuten vorher anstellen, wissen Sie. Ja, aber es ist ja wirklich schwierig halt mit der Musik. Man, das muss ja auch losgehen. Und bis dahin stehen wir dann ja auch da. Dann fragen Sie doch, ob jemand das Radio einfach rausmachen kann. Wenn Leute ein Radio mit in meinen Laden bringen, keine Ahnung, dann sagen Sie denen, wie soll das ausmachen. Das sind die Boxen, die sie hier im Laden haben. Jetzt sehen Sie doch keinen Schmarrn. Die senden manchmal Piratensignale. Ja. Oh, lieber, ich höre so schon wieder. Ja? Ja. Okay. Ich bin nicht empfindlich dafür, weil ich kümmere mich um mein Stuff. Vielleicht, ähm, kann ich Ihnen auch mal einen Termin mit Frau Donner machen, und die ist, glaube ich, ja auch im, äh, so, so Ärzte im Krankenhaus. Vielleicht kann ich mal hier Gehörte checken, so. Ja, alles gut, alles gut. Es ist einfach nur Ernst. Es ist halt einfach nur blöd in diesem Moment. War es einfach blöd für unseren Pinsel? Natürlich. Warte, ihr wart's so blöd? Hä? Wer ist denn für uns und Pinsel? Das heißt, ihr wart drei. Für unseren Pinsel. Ach, für unseren Pinsel. Dann kriegst du den Kiefer auseinander, verstehe ich auch, was du sagst. Oh, jetzt mal. Ich versuche hier gerade, was zu regeln. Ja, man. Wollt noch. Naja, lass mich kurz die Musik genießen. Okay. Passen Sie auf. Ja. Das war wirklich nicht die feine englische Art, uns rauszuwerfen. Gerade nachdem... Wir haben sie nicht rausgeschmissen. Die haben nur gesagt, sie müssen sich anstellen. Ja, aber wir müssen uns hinten anstellen. Aber ich bitte sie. Wir stellen es ja auch nicht an, wenn da noch so Raudis sind, die die ganze Zeit davon reden. Hinter unserem Rücken, während wir mit ihnen reden. Dass sie dem Pinsel die Sachen abziehen wollen, weil sie ja so viel wert sind. So ein paar 15-Dollar-Schuhe. Und seine 1-Dollar-Leuchtbänder. Oh ja, die sind sehr viel wert. Dafür stechen die Leute ab. Und Actionfiguren. Ja, Läufbällen, würde ich sagen. Das sind verrückte bei ihnen. Aber wir haben ja denen auch gesagt, dass sie die Fresse zu erhalten haben, sonst fliegen die halt raus. Und dann haben die die Fresse gehalten. Und der gute Ronny hat halt gemacht, was der Ronny macht. Und die weiter provoziert. Die standen direkt hinter uns und haben weitergeredet. Nur eben leiser. Ja, dann haben die geflüstert. Dann hätten sie sich ja hinten anstellen können. Dann hätten sie ja vielleicht gar nicht mehr gehört, was die Herren geflüstert hätten. Oh, natürlich. Natürlich. Es ist einfach schrecklich. Ich und der Pinsel, wir müssen damit leben. Und dann auch noch zusätzlich mit der Gefahr leben, dass wenn wir aus dem Laden rausspazieren, dass wir dann abgestochen, beziehungsweise er abgestochen wird. Weil er Leuchteklamotten trägt. Und Actionfiguren. Also ich kann ihnen versprechen, hier im Laden werden sie ganz sicher nicht abgestochen. Außer sie übertreiben es halt wirklich. Aber ich glaube, dazu lassen sie es hoffentlich nicht kommen. So, und äh... Ich sag Gott, wir wollen nur futtern. Wir wollen nur essen. Und vielleicht mal in der Figur. Hier drin ist doch gar kein Stress so. Wenn dir jemand Stress macht, fliegt der raus und kriegt das Maul so. Ja, das war aber vorgestern, ich weiß nicht, war es nicht so. Ja, aber hat ja auch keiner Stress gemacht. Die haben doch die Fresse, also halbwegs die Fresse gehalten. Die haben Ronny nicht abgestochen. Alles ist gut gegangen. Ja, weil wir eher abgehauen sind. Statt uns anzustellen. Aber wissen sie, dann machen wir das. Dann bleiben wir einfach ganz weg vom Laden, dann passiert sowas nicht nochmal. Aber, nein. Nee. Aber das geht nicht. Ja, okay. Dann steh du nicht in der Pinsel. Ich tue es aber, weil ich bin seine erstbesteste Freundin. Nein, ich bin sein erstbesteste Freund. Und wir finden eine Lösung hier. Sie wissen, was das heißt, wenn sie nie wieder herkommen wollen, ne? Sie müssen dann das Essen von der Barbecue-Lodge essen. Das ist okay, wir waren da gerade, war lecker. Hat uns geschmeckt. Die haben auch den Besitzer gewechselt. Ja, ob sie das zuverlässigen Service kriegen und jeden Tag was essen können, werden sie dann ja sehen in der Zukunft. Ja, das werde ich. Finden Sie denn eines Tages eine Lösung? Ich glaube, es gibt keine Lösung. So nicht. Aber wir sind doch... Hast du vielleicht eine Lösungsidee? Wir sind doch Premium-Goldmember-Kunden. Wer isst denn so viel wie wir? Eigentlich ist das traurig, aber... Und trinkt, der gebe ich auch. Das war ja ein Einzelfall, ne? Immer sehr viel zu meiner Massenbestellung. Wir sind fast jeden Tag gemacht. Du meinst, wie mit der Gewalt bei der Polizei? Ich habe hier nur einmal das Klo auseinandergenommen, sonst habe ich mich immer benommen. Und dann kommen so Asoziale her, die meinen bestesten Freund Pinsel töten wollen. Es wird ja keiner gestochen, aber es wird angedroht. Aber allein die Androhung ist lächerlich. Hätte ich das mitbekommen, hätte ich den rausgeschmissen. Und vielleicht... Ach, das ist auch mein ordentliches Verhalten. Jetzt müssen wir Angst haben, dass wenn wir herkommen, dass uns was passiert. Nein, das brauchen wir nicht. Ich glaube, hier im Laden sind Sie ziemlich sicher. Das können wir Ihnen schon garantieren. Ich kann einen guten Security-Unternehmen empfehlen. Für den Opa Willi. Der fegt ja durch. Hm. Der Opa Willi Wonka. Ja. Wonka? Was denn? Warum Wonka? Weiß ich nicht so. Heißt doch der Süßigkeiten-Opa aus dem Film, oder? Ah. Die Schokoladen. Aber das ist nur Opa Willi. Okay. Wer nennt den Opa Willi Wonka? Aber wenn das erfunden hat, ist das eine Flachfange. Das stimmt, das stimmt. Also, das würde ich auch sagen. Also, Lösung. Was wäre denn eine Lösung? Als Entschädigung kriegt mein V- und mein bestes V-Pinsel eine Actionfigur. Hm. Ja, aber das wäre ja nur so... Wissen Sie, das wäre ja nur so was Einmaliges. Wir wollen Sie ja als Kunden auch dauerhaft bei uns im Laden halten. Ja, wir müssen Kunden... Da würde ich vorschlagen, Sie kriegen Ihr eigenes Menü. Oh. Das hört sich doch mal so an. Das ist wie so eine schnelle Art der Bestellung. Ich hoffe, ihr habt große Tüten. Ihr könnt dann... Ihr könnt euch aussuchen, was in eurem Menü drin ist. Und dann sagt ihr nur, wir hätten gerne das Twinkie-Menü. Und dann wissen alle Mitarbeiter, da kommt das und das und das rein. Dann seid ihr bei jeder Bestellung schneller und spart bei jeder Bestellung Zeit. Können wir uns kurz beraten? Ja, ja, ja. Ja, klar. Pst, komm. Komm. Das klingt doch super. Ja, klingt ganz nett. Aber wir wollen noch Actionfiguren. Natürlich, darauf werde ich auch bestehen. Ich war noch nicht fertig. Ach so. Das sah aus, jetzt würdest du einschlafen. Deshalb habe ich übernommen. Ja, solltest du nicht. Du solltest vielleicht die Sonnenbrille abnehmen, damit du merkst, dass du es ernst machst. Weißt du, wenn du den so Angesicht zu Angesicht in die Augen guckst. Ui, das sieht gefährlich aus. Okay, okay. Vor allem mein kleiner, süßer Silberblick. Der macht alles noch viel gefährlicher. Mach mal. Sag mal, ich bin eine Raubkatze. Ich bin eine Raubkatze. Ja, lustig. Sieh rein da jetzt. Ja, auf geht. Okay, Herr Cody, passen Sie auf. Ja, ja. Das Angebot ist ja schon mal recht nett. Trotzdem erwarte ich, dass der Pins und ich eine Actionfigur bekommen. Was sagen Sie dazu schon mal? Achso, ich dachte, da kommt noch was. Ja, ja, da kommt auch noch was, aber ich will erst mal... Nee, dann erzählen Sie doch erst, was da noch kommt. Ich finde, uns steht auch zu, dass uns auch in Zukunft eine zurückgelegt wird. Nee, das können wir Ihnen leider nicht anbieten. Wieso nicht? Weil das unmöglich ist. Ich kenne ja eine Million Menschen in dieser Stadt. Und wenn ich das einer Person anbiete, oder dann sogar gleich zwei, dann hassen mich eine Million andere Menschen. Und das kann ich nicht machen. Das habe ich von vornherein gesagt, das wird es niemand geben. Ja, das kriegen vielleicht tausend Menschen gerade mit. Oder nur 500. Oder nur 500. Und davon die Hälfte schlägt auch noch. Morgen Weasel News darüber und dann hat man es am Würfelpark gehört. Nee, das geht nicht. Da können wir uns leider nicht drauf einlassen. Aber so ein Mühle ist doch eine gute Sache. Ihr seid doch bestimmt verheiratet. Habt doch bestimmt einen... Ja, siehst du nicht den Ringen an meinem Finger? Weiß ich nicht. Du hast deine Arme irgendwie verschränkt. Ich sehe deine Hände nicht. Guck. Nee. Oh. Den habe ich abgenommen, als ich mir die Hände gewaschen habe. Ach so. Handleihaus. Handleihaus. Also können wir euch noch einen Tipp geben, wann ihr eine bessere Chance habt, an Actionfiguren zu kommen? Ja, um 10 Uhr. Nee, am Montag. Am Montag. Weil Montag haben wir einjähriges. Und da wird es dann mehr Actionfiguren an diesem Abend geben. Da ist die Chance erhöht, dass man eine kriegt. Okay, aber trotzdem... Insider-Informationshandel nennt man das. Sehr gut, sehr gut. Aber trotzdem möchte ich im Nachhinein jetzt nochmal die Actionfiguren für mich in den Pinsel haben. Das ist leider nicht möglich. Wir haben nichts heute. Wie? Mein Schreibtisch! Der Tisch ist fast kaputt. Twinkie! Dass das klar ist. Twinkie, beruhig dich. Nee, ich raste gleich voll aus. Wieso geht das nicht? Glück ist das ein Stahlträger-Schreibtisch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Twinkie, die raste gleich aus, ne? Juri! Wunder! Oh mein Gott, Alter, was passiert hier? Twinkie, komm runter. Das knallt schon. Oh mein Gott, der arme Laptop. Nee. Das ist jetzt ein MacBook. Das, äh... Oh Scheiße. Twinkie! Sie schulden uns jetzt aber schon ein Laptop, das wissen Sie. Twinkie! Sie schulden mir was ganz anderes. Twinkie, Twinkie! Twinkie, komm da runter. Ich hole das Lassau. Bis ich meine Figur ab. Bis ich meine Figur ab. Einmal runter. Komm, komm. Ich möchte nicht stören. Äh, Checker. Hälfte damit doch bitte. Twinkie, runter da. Ich hole das Lassau. Ich will aber nicht. Twinkie, kannst du bitte mal vorne gehen? Was denn? Vorne gehen, da sind Leute von Zerkelkastik geliefert werden worden. Twinkie, das Ding hängt durch. Ich komm da schnell runter. Oh mein Gott. Temperament hat's ja. Okay, das sind Eisenfrosten. Du, Check, achso, ich wollte schon sagen, Check meine Frau. Nee, ich wollte, ich hab schon geguckt, was für Pfosten das sind hier. Ach Quatsch, greif euch zu. Nee, danke schön, Dönergenie. Schon mal mit ne flachen Hand auf den Dönerspieß gehauen? Was ist denn mit dir, Junge? Hast du dich mal für den Joker beworben? Alter, der Joker hat mich noch nie gehört. Du solltest da echt runterkommen. Riech mich nicht auf. Okay, man. Sehr temperamentvoll. Ich weiß jetzt schon, wer die Hosen anhat. Ich hab gesagt, rück mich nicht auf, das passiert halt auch. So, Jamme, jetzt haben wir ein anderes Problem. Ja. Sie haben meinen Schreibtisch ruiniert. Ach Quatsch, der ist noch voll in den Schuss. Ich will lieber Gedanken um den Laptop machen. Oh nein. Aber ich kann jetzt rüberieren, ich kenn mich auch mit Computer. Sie schulden mir einen Laptop. Ich kenn mich auch mit Computer. Ich schulde Ihnen gleich viel mehr, das kann ich Ihnen sagen. Entschuldige, ja, keine Kapriolen. Wie sollen wir sie hier rauskriegen? Ich rufe Kevin von LSC an, der holt den Abstepper. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da kann ich gar nicht hingucken. Sag mal, ist die Louis Vuitton Unterhose reißfest? Unterhose? Dafür müssen sie was bezahlen, wenn sie hier Fotos machen. Immer noch mein Büro. Okay, ich lösch die wieder. Bodi, soll ich Kevin von LSC anrufen? Nein, geh mal nach vorne, mach mal bitte, wenn Kundschaft da ist. Twinkie. Ich muss jetzt hier ein Problem lösen. Frau Twinkie, wie lösen wir denn jetzt das Ding? Raus, meitzen, ich bin da. Wir wollen unsere Figuren. Das gibt's nicht, das ist unmöglich. Eine. Eine für Twinkie. Die hätte sie eh bekommen, wenn sie nicht bedroht geworden wären. Dingensbums, ich kann nicht mehr mehr reden, Alter. Nein, sie wäre zu weit hinten in der Schlange gewesen. Nein, die war schon vorher da. Ich glaube, meine Frau. Ich weiß ja nicht. Ich werde hier nicht runtergehen. Das klingt hier ein bisschen nach Impressung. Ich gehe hier nicht runter. Muss ich die Polizei rufen? Ist das hier Hausfriedensbruch vielleicht sogar? Das können sie gerne machen, aber ich gehe hier nicht runter. Oder Sachbeschädigung. Twinkie jetzt auf. Einigen wir uns auf das Menü. Menü, kannst du dir einen Arsch schieben? Ich habe eine Ahnung. Ich habe eine wirklich, eine richtig gute Idee. Also die Ihnen auch, kommen Sie jetzt mal vom Tisch da jetzt runter. Verdammtes Scheiße. Lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich verhandle dich mit Terroristen. Ach ja. Regen Sie mich nicht auf. Regen Sie mich nicht auf. Wenn Sie da runterfallen, sind Ihre vier Filmer gebrochen. Passt Sie auf dich auf. Oh, ich. Oh, ich. Entschuldigung. Entschuldigen, das benehmen alle froh. Aber die hat echt verfallen. Wie wäre es denn jetzt mit, um Sie richtig zu würdigen, jetzt in Ihrem Premium-Kunden-Dasein? Mhm. Denn Sie, eine, jemanden finden, der eine Gussform von Ihnen anfertigt, dann bringen wir Sie als Monats, äh, als nächste Monatsfiguren, als Action-Figuren heraus. So viel Plastik habt ihr nicht. Na gut. War ja nur ein Angebot. Selber Schuld. Doch, ich will das machen, aber ist das überhaupt möglich? Gussform, was haben wir denn Gussform herbekommen? Ich habe keine Ahnung, das ist dann Ihre Aufgabe. Bestellen Sie was auf Wish oder so. Was ist ein Wish? Günstige Sachen. Ich gehe mal auf all die Bababs. Chababs-Button. Ja, easy. Also, ist das ein Angebot, was Sie annehmen könnten? Ich will eine Figur von mir und eine von meinem allerbestesten Kumpel Pinsel. Ja, dann müssen Sie, äh, dann fertigen Sie eine, äh, äh, Gussform von sich und von Pinsel an. Okay. Dann bringen die hier in den Laden. Ja, nicht von Pinsel, von mir. Dann gibt's die in unserem Menü. Sie haben zwei. Zwei zur Auswahl. Sie müssen sich darauf einigen, ob Sie jetzt, äh, Ihren Mann und Pinsel nehmen oder sich selber und Pinsel oder Ihren Mann und sich oder wie auch. Ja, aber Pinsel ist ja das größte Opfer. Das hast du recht. Was ist das? Das waren echt weise Worte. Dann machen wir den Kreativ. Dann bringe ich das zum Gewährband, werde das dabei antragen und wenn das Gewährband sich dann umgekümmert hat, also so rechnen wir damit im April 2022, werden dann Sie beide unsere Actionfiguren sein. Kannst du dir vorstellen, ein Twinkie und ein Peanut aus Plastik? Vibriert das? Sind die Dinge 1 zu 1 oder, äh? Also würde ich 1 zu 100 sagen. 1 zu 100. Marschtaft betreut. Das wird auch so schwer, ne? Auch Plastik kann was wiegen. Das stimmt. Ja, okay. Wir wollen ein Menü nach uns und wollen unsere beiden hier eine Actionfigur. Können wir das das Twinkie und Peanut Menü nennen? Ist das denn, ja, wir können das Twinkie. Wollen Sie denn Twinkie und Peanut jeweils als ein Menü oder eins zusammen? Ne, das gehört schon zusammen, wie wir auch zusammen gehören. Genau, wir sind unser Teil nicht. Vicky, magst du das aufschreiben? Äh, ja. Ihr könnt schon mal rausgehen. Über der Trese ist eine Card. Ihr könnt euch schon mal aussuchen, was ihr haben wollt. Wie viele der ersten Sachen dürfen wir nehmen? Wir können nehmen, was ihr wollt. Genau. Aufgeben. Was ihr tragen könnt. Okay. Wir haben bloß ein kleines Problem noch. Dadurch, dass der Laptop kaputt ist, kann es sein, dass ich einen Moment rumsprechen muss erst. Hallo, Biggie. Was geht, Peanut? Du Arsch, ne? Ich muss jetzt Jennifer nehmen. Warte mal kurz, Biggie. Nee, einen Moment. Ja, ich nehm den Laptop nachher mit. Ich repariere den. Okay, mach das. Ich hab mal beim PC-Fritz gearbeitet, aus dem Gefängnis gekommen ist. Ich bin die Diengum jetzt. Biggie, du Arsch, Peanut. Warum? Warum hast du meine Frau keinen Platz freigehalten bei Cody? Hab ich ja, aber die haben gesagt, das geht nicht. Du hast aber gesagt, du hast keinen Platz freigehalten. Nee, zu Cody hab ich ja... Dann ich seh dich, du Arsch, Krabscher. Wo bist du? Ja, immer in deiner Nähe. Oha, ich werd bis da. Ich bin wie Hitman. Wie Hitman? Wenn du irgendwann in der Luft Burger riechst und dass du immer so piu, piu, piu machst, weißt du, dass du tot bist. Weil dann war ich doch ein Schalldämpfer. Hey, Honigschnecke. Ich bin hier in dem Triff. Hallo, du Bestellung, bitte. Du musst auflegen. Ich wollte das Rest nie haben. Arbeiten Sie hier? Nö. Hallo. Ja, gut. Dann drücken wir das jetzt. Ja, 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 genau. Ja, ja. Wie geht's, wie steht's? Ja, gut, gut, ja. Gut, gut. Und selbst. Ja, ja. Wie ist es euch? Oh, ich brauche nicht immer diesen Stress. Ärger, immer Ärger. Warum? Du hast auch jeden Tag eine neue Freundin, ne? Was redest du? Oder ist das die von letztem Mal? Oh. Gutes Sicherheitswörter. Da würde ich jetzt auch nicht sagen. Ja, Team Haschisch. Ja. Schöner Frosch. Ja, haben wir die Klappe jetzt so Klapper gestellt, du. Da vorne ist Biggie. Komm, wir gehen schimpfen mit dir. Ja, warte, warte. Wollen wir nicht erst mal gucken wegen uns? Ja, schimpfen mit Biggie. Okay. Ach, herrlich. Hast du dich schon gekündigt, ja? Ja. Ach, herrlich. Hey, Juri? Ach so. Ja, ich... Ach, schade. Ich habe gedacht, wir klären das noch nicht auf. Oh, mein Gott. Ich hätte gerne was gebrannt und ich würde gerade zu feuern. Hey, Juri. Hallo, Pina. Ja, weiß ich auch nicht. Biggie, du bist nur ein Peiner, ne? Ich dachte, wir heilen dich zusammen. Tun wir doch auch. Wir haben ja nochmal mit Cody gesprochen, aber der hat gesagt, das geht nicht. Wir haben ja nochmal mit ihm hinterher gesprochen. Ja, der Penner. Dafür habe ich ihn sein Laptop gerade kaputt gemacht. Ja. Ja, auch ein gutes Recht hast du das gemacht. Das geht ja gar nicht, wie die Leute da rumgedroht haben wegen Super. Ja, wir haben ja auch gesagt, dass er schon da war, dass er noch kurz raus hat. Dann hat er aber gemeint, ja, wenn man raus geht, geht's nicht. Dann haben wir gesagt, ja, aber andere Leute gehen ja auch aufs Klo. Ja, vor allem dieses schäbige Radio hier mit der schäbigen Mucke. Also ich höre keine Musik. Ja, ja, aber an dem haben wir was. Ja, der hatte Musik gemacht, der Kuh. Die hat Warteschleife Musik gemacht, bis dann der Count dann rum war. Ja, aber cooles T-Shirt hast du, Twinkie. Oh, danke schön. Und was, mit meinem? Ja, das ist auch mega gut. Ja, Mann. Ich will auch ein neues T-Shirt. Aber man muss immer erst den Frauenkompliment machen, das weißt du, Tina. Ja, Ladies first. Habt ihr schon den Schlipper gesehen, den neuen von Victoria's Secret? Nee. Los, dreht mal um. Oha. Wir haben sogar das Etikett rausgeschnitten, damit nichts mehr gesürgt. Ja, das ist gut. Das kenne ich. Das mache ich bei meinen Boxershorts auch immer. Ich habe gar keine S-An. Na? Habt ihr euch schon überlegt, was ihr haben wollt? Nee, wir kümfen nur mit Wiggy. Achso. Ja. Aber ich bestelle nachher gleich. Ich muss nochmal zum Kuh. Ich kriege noch Kohle. Wir bekommen unser eigenes Menü. Oha. Im Koffer hat unser Menü. Wie geil. Mit unseren eigenen Actionfiguren. Ja, das ist ja cool. Dann stehe ich hinter zwei Actionfiguren. Dann einmal von euch, G, und einmal von dem Menü. Ja. Das wäre cool. Komm, wir müssen uns Essen aussuchen. Ja. Was tun wir da alles rein? Dinkelbäckchen. Habt ihr Empfehlungen, Biggi? Und Lekem? Also auf jeden Fall Dinkelbäckchen. Ja, wollte ich gerade sagen. Wie viele wollt ihr haben? Chickenburger. Ich finde, das sind zwei Dinkelbäckchen. Und ein Bacon. Ich nehme immer fünf Dinkelbäckchen. Okay, dann halbst du Dinkelbäckchen. Fünf Stück. Okay. Geil, die Kumpelerslashies und die Waldmeister. Ja, das ist das. Dinkelbäckchen. Dinkelbäckchen ist doch dein Sohn. Mein Gott, hier ist mein Kumpel. Ja, ich bin wie. Ja, hier, 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 hier. Ei, ei, ei. Aber wir haben letztens da den alten Herrn gesprochen, wo du erzählt hast mit dem Ventilator, der den halben Würfel packt. Ach, der Horst. Ja, der ist anstrengend. Ja, der ist anstrengend. Der ist mega anstrengend. Ja, aber gar nicht. Wir haben ganze Würfel zusammen geschrien. Er taucht immer zu ganz komischen Zeiten auf. Ei, 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 ei. Wir haben uns versteckt. Ja. Warte, ich muss mit entscheiden. Was soll noch drauf ins Menü? Äh, was soll denn alles mit der reinkommen? Erdbeeren, 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 Erdbeeren. Er ist kurz unterwegs. Okay, dann müssen Burger rein. Ja, ich bin schon fertig. Ja, aber noch Quill Cheese, drei Stück. Ja, ja, ich hab gesagt, Sandwich nach der Wahl. Da können die Leute dann aussuchen. Fünf Trinkepäckchen, zwei Twinkies, drei... Trinkepäckchen. Trinkepäckchen. Zwei Twinkies, drei CK-Burger, zwei Chickenburger, zwei Shakes nach Wahl und ein Sandwich nach Wahl. Noch irgendwas? Ist alles. Kann ja keiner mehr bezahlen, dann gehen die alle pleite. Ach was. Was willst du für deinen Schlappen? Für was für Schlappen? Die da. Crocs? Genau. Nee. Pass auf, ich geb dir einen Geheimtipp, okay? Ja. Ein Insider. Du hast ja Weißen, ne? Ja. Das Krankenhaus interessiert sich sehr dafür. Sehr, sehr dafür. Ja, aber dann hab ich ja keine mehr. Na und? Lauf barfuß. Bis vorher auch. Aber, nee, nee, nee. Ist das nicht verboten? Aber ein Pina. Was? Du warst nun dein T-Shirt, ja, ich brauch ein neues. Was für ein T-Shirt hab ich denn an? Das, was du gesagt hast, ist neu, was du gehut hast. Ja, mit dem Frosch. Mit Team Hachisch. Ich bin grad ein bisschen verwirrt. Ja, mit dem Froschlein. Und bist du öfter hier? Ja. Ich hab noch eins. Ich hab Angst vor dir. Ich kann dir auch eins geben. Ich brauch echt neue Klamotten. Oh, genau. Jeden Tag das gleiche. Die Chef ist glatt. Oder mal dann noch. Nein, die sehen das nicht. Der meint, was anderes ist. Ich bin grad extrem verwirrt. Also, ich hab davon ja gleich 20 Stück gekauft. Was machst du hier? Ich weiß. Vielleicht bist du. Nein. Die muss halt den neuen Schlüppi pressen. wackelt mit ihrem gebärfreudigen Becken rum. Hörst du es mal? Dach, dach. Oh, 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 oh. Das ist ja eine alte Begrüßung. Ich geh da mal wieder. Eine Körperbeerschuhe. Jede andere hat gepasst. Ich wollte bestellen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war ein bisschen. Okay, ich hätte gerne 30 CK Burger mit extra Soße. 30 CK Burger. Drei. Sie kriegen heute auch den Kiefer nicht auseinander, ne? Drei CK Burger mit extra Soße, bitte. Dann hätte ich gerne fünf Chicken Burger mit Käse oben drauf. Oben drauf. Drei Capri-Sonnen. Trink-Gepäckchen. Trink-Gepäckchen. Für alle darf man sich bedienen. Und dazu hätte ich gerne noch zwei Twinkies. Okay, das ist wie aus. Okay, einen Moment bitte. Ja. Was ist mit mir? Für dich in den Namen. Sag mal, Biggie, was hast du denn da für einen Hut? Hier, wie in den Namen. Danke. Na, einen Chicken oder nicht? Kaufst du die mal im Friseur? Nee, beim Klamottenarten. Der Friseur verkauft auch. Die Oma Törte verkauft ihr Hut und so immer beim Friseur. Der hat auch den Wälder. Oha. Wie heißt denn dein Hut? Oh, da fragst du mich was. Keine Ahnung. Zieh mal meinen auf. Oh, Kopfschmerzen. Oh, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hi, ihr. Ihr seid, ihr seht reich aus. Ja, ja, auch, auch. Du willst deiner Freundin doch bestimmt was Schickes kaufen, ne? Jetzt kommt's. Ja. Ich hab, ähm, komm mit. Ah. Ich drehe dir die Scheiße jetzt an. Ich hab hier, ich bin viel in der Natur unterwegs. Ja. Ich hab, ähm, eine Wertanlage. Goldnuggets. Goldnuggets? Ja. Pures Gold. Da kannst du vielleicht irgendwann mal einen Ehring draus schmieden, Gollum. Ja, so viel. Dein Schatz? Oder du tust das in dein Tresor. Das ist eine Wertanlage. Was kostet deine Barren? Ne, nicht Barren. Goldnuggets. Tausend Dollar. Einer. Kannst, äh, hast du ein Unternehmen dafür? Hm. 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 Ja. Also kannst du mit Rechnung bezahlen? Ja, klar. Oha, okay. Ich hab fünf Stück. Ja, einer reicht. Hm. Nimm zwei zum halben Preis. Also zwei für 500? Nein, für 1500. Na gut. Zwei Goldnuggets. Ja, dann nehm ich zwei Gold. Will die Frau auch ein für neue Akao-Ringe? Wie? Eine kannst du auch... Gibst du einen der Frau, einen mir. Ach so, okay. 1.500 Dollar. Ja, okay. Willst du mir nur Trinkgeld geben? Dann machst du 2.000. Ne, warte mal. Ich hab leider mein Kartenlesegerät nicht dabei. Ah. Aber hier ist doch bestimmt Geldautomat. Ach, hier war doch einer. Oh, ja, was ein Zufall. Funktioniert, ja? Ah, out of order. Ja, die haben auch nicht Geld hier. Ja. Ja, dann zisch mal los mit deinem Fahrrad. Du meinst mit meinem Krieger. Für 1,4 Millionen. Du brauchst nicht angeben, nur weil du den Tauschul hast, Junge. Abau. Abau. Wo ist der Biggie? Der ist noch Bomben. Der kennt wo ist der Biggie? Der ist mal kurz bei Olga. Olga. Ja. Ich füge die mal. Mhm. Hallo. Hallo. Habt ihr vielleicht Interesse an eine Wertanlage? An was? An einer Wertanlage. Wie wäre? Ich hab Gold gefunden. Gold Nuggets. Die bringen Glück. Oder man kann Schmuck zum Heiraten losmachen. Jetzt hätten wir das ganz doch gerade gebrauchen. Ne, das kann ich gerade nicht gebrauchen. Sie können kein Glück gebrauchen. Wir wollen erst in ein paar Monaten heiraten. Was? Nee, sie heiratet sich bald. Ja, sehen Sie. Können Sie doch als Hochzeitspreis. Hochzeitsgeschenken, Hochzeitsgeschenken nehmen? Wie viel wollen Sie denn dafür haben? Ein Gold, Nagel. Das Pustgold für 1000 Dollar. Der nächste bitte. Aber VHB, was ist letzter Preis? Der Preis ist, ich hab leider kein Geld mit. Ich hab leider nur 5 und 2 Stück sind schon verkauft. Da kommt gleich der Mann. Wieder. Also 3 hätte ich noch. Hi. Hallo, warum meinen die Froben? Kannst du dir erstmal die Sachen geben? Was krieg ich für einen Marte-Tee? Was? Für einen Marte-Tee. Ist einer geklatscht? Haben Sie Platz dafür? Was ist ein Marte-Tee? Ich kling kein Tee. Koffein halte ich. Nein, ich hab richtige Gold-Barn-Nuggets. Ja, ich hab leider nichts. Ich hab ein Warntreieck. Was soll ich mit einem Warntreieck? Keine Ahnung. Ich biete hier Gold an, du scheißt mir in die Hand. Ja, ich hab kein... Ist hier ein Geldautomat? Kauf Gold. Ja, da vorne, weil der funktioniert nicht. Ja, das ist dann doof. Ja. Ich hab kein Bargeld dabei. Sogar nicht. 2.550 Dollar. Dann machen wir sechs draus. Das ist natürlich... Sie können doch losfahren. Ja. Ja, der ist auch losfahren. Gut, einfache Sachen. Leider haben... Einfach... Ja, ja, ja. Einfachen Sachsätze ist doch ein Fakt. Äh, hier. Vielen Dank. Muss ich zählen? Ganz schön viel. Nee, nee, nee. Schon angenehm und zu viel Arbeit. Aber wenn du schon sagst, muss ich zählen, dann vertraust du mir nicht. Ja. Und du auch. Könnte... Hey. Du musst ihn schon in die Hand nehmen. Ja, sonst gibt ihn mir. Okay. Beiß mal drauf. Das ist echtes Piratengold. Oh, warte kurz. Da kannst du einen schönen Ring rausbasteln. Den hast du auch bitter nötig. Äh. Boah. Warum schmeißt du die Tabletten weg? Hallo. Du scheiß Junkie. Wo ist denn... Jetzt gib mir nochmal den Zweiten. Was? Was? Ach so. Ja, ja, ja. Ja, was... Was machst du dir die Hand immer zu, du Trottel? Mia. Mia. Ja, wie Mia. Mir doch egal. Du hast du den Zweiten, ich will den Zweiten, ich will den Zweiten, ich will den Zweiten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wer ist die Hölle? Ja. Du bist so ein Trottel. Halt's wohl. Er schmeißt einfach 30.000 Dollar weg. Die liegt voll, aber du gerade war ein bisschen flössig. Wo ist denn mein Pudding-Teilchen hin? Die kommt gleich wieder. Wahrscheinlich auf Toilette wie immer. Oder draußen, weil sie das Radio so nervt. Wo hast du Dings gelassen? Biggie? Der ist gleich wieder da. Ach so. Da musst du sich bei der Apotheke ein paar Kopfschwehtabletten besorgen. Nur denn. Du Kundin. Gleich wieder da. Ja. Tag, Tag. Was das heißt für sie, die Dame? Erstmal. Ja, du wieder ran. Für dich ganz schön. Decker. Und dann noch da. Tja, der Support braucht meine Hilfe an meiner. Ja. Ich bin wichtig. Hallo. Wo ist der Dom, Alter? Hi, Lil' Kim. Was geht? Willst du einen Goldnagel-Tarm kaufen? Was ist ein Goldnagel? Ja, ich hab echtes Gold. Ich hab's nicht so dick mit der Kohle momentan, weil ich ja in der Woche nicht da war, weil ich noch mal zurück nach Brooklyn musste. Stimmt, dort ist da mit dem Finger was, ne? Ja, genau. Und du, zweck operiert? Ja. Geht die besser? Ja, es ist aber so, meine Finger sind noch ein bisschen geschwollen, aber sonst eigentlich geht's nicht. Das sind meine immer. Ja. Weißt du, wie scheiße es ist, wenn du Pringles essen willst und kein Chips mehr rankommst? Oh, das stelle ich mir furchtbar vor. Ich meine, ich hab ja fast auch schon Probleme mit meinen Händen, aber dann so bei dir ist es wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer. Ich krieg nicht mal die ersten fünf. Aber einfach Mund aufmachen und reinkippen. Dann geht's auch. Einfach Mund reinkippen und dann kommt die auch. Nö, ich tu dann meinen Mund so da dran und dann tut mir die Zunge so an. Die bleiben dann kleben, weil ich bin wie Gecko. Ja, da kann ich mir vorstellen. Welche Pringles esst du denn am liebsten? Diese Sweet Onion. Oh ja, die sind echt gut. Die sind Baba. Die sind echt gut. Die meisten wollen ja nur die komischen Original damit zahlt, aber die sind egal. Nee, die sind eklig. Die will keiner. Die sind echt gut. Eieieiei. Ich komm sofort wieder. Alles klar, ich hab's genau. Das macht dann 350 Dollar. Ja, mach tausend. Habt ihr Interesse an Gold? Ich danke Ihnen. Noch mehr. Bitte sehr. Ach nee, du bist ein Trottel. So viel Klang hab ich nicht. Jeff Cody, willst du investieren? Äh, dankeschön. Äh, wo drin? Ich hab echtes Gold. Echtes Gold? Ja. Hab ich gefunden am Fluss? Uh. Okay, Cody, ich hab echt Hunger. Kann ich kurz Essen bestellen? Hallo, du drängelst dich vor. Warum? Weil ich will Geschäfte machen. Ja, aber hier ist was zum Verkaufen. Okay. Kannst du überlegen. Ich hab Goldnuggets. Was kostet so ein Gold? Tausend Dollar. Ein Goldnugget. Okay. Frittiert oder unfrittiert? Hä? Nein, keine Chikinaggis. Das sind Goldnuggets. Daraus kannst du einen Ehering basteln. Ja, dann geh mir weg mit der Scheiß. Ich will doch nicht heiraten. Nein, du kannst aber auch andere Sachen ausbasteln. Was denn? Ein Goldzahn? Ein Get-on-My-Level-Ring zum Beispiel. Oder ein Goldzahn. Ein Goldzahn würde ich... Ja, ein Goldzahn wäre cool. Boah, für... Da müsstest du nochmal alle drei Nuggets kaufen, weil dir fehlen echt viele. Arsch. Ja, ähm, also ich würde so ein Dings-Di geben. Kannst du mir eine Rechnung ausstellen? Ich soll eine Rechnung ausstellen? Ja. Hast du kein Bargeld? Nee, muss ich gleich mal zur Bank fahren. Okay, ich warte hier. Du hast ja von Burger im Wert von 1000 geben. Bist du verrückt? So, ich hätte gern vier Burger. Fett weg. Ja, nee, ich nehm... Äh, die Chicken Burger... Der ist doch jetzt mal mit einem anderen. Mit Ananas. Vier Stück und fünf Tinker-Päckchen. Wo sind die? Alle weg. Stop. Haben die Crash? Und wo ist Herr Nuri? Twinkie! I knew we coughed mir alles ab. Hold up, hold. Hallo, Schöne. I knew we get the better end. I'm terrible. Ich hasse das, wenn Leute ein Telefon haben, um den Strang gehen. Ja, 100% Telefon. Wen kann ich mein Gold verkaufen? Stimmt, bitte vergessen. Wo ist denn der Typ, der hier grad saß? Stimmt mal im Klo. Ja. Den drehe ich jetzt Gold aufm Klo an, wenn er da ist. Hallo? Hallo? Fuck. Boah, das wär jetzt lustig gewesen, wenn ich da sitzen würde. Hihi. Warte, warte, ich schreib mir das kurz aus, ob ich vergesse. 23 ist mein Lieblingszahl und die sieben. Das hab ich schon gesagt. Hat einer mein Pulling-Teilchen gesehen? Immer noch nicht. Hallo. Hi. Hi, du siehst aus wie eine Frau von Welt. Wie eine was? Wie eine Frau von Welt. Von Welt? Ja, wie eine, eine kluge Frau. Ja, das stimmt. Manchmal, manchmal ist jeder klug. Tatsächlich. Aber nicht immer. Nein. Auch ich bin nicht immer klug. Gehst du weg? Wieso? Weil wir uns unterhalten. Du Spionage, du. Halbe KGB. Möchten Sie was zu essen? Ja. Ich brauch 40 Peach-Eistee und 10 Chicken-Burger und 20 Bacon-Burger. Ne, 10 Bacon-Burger. Sind Sie auf Diät? Warum? Ich mach keine Diät. Nochmal wieder zu den Burgern. Was bräuchten Sie noch von den Burgern? 10 Chicken und 10 Bacon. 10 Bacon. Genau. Ah, sonst noch was. Oh, das war eine laute Tastatur in der Mandy. Was denn? Nee, die Eistee und die Burger. Nee, das war's. Alles klar. Möchten Sie vielleicht Gold kaufen? Gold? Ja. Ich war vor zwei Tagen im Schluss unterwegs. Und da hab ich Gold gefunden. Echt? Ja. Aber das können Sie doch auch verkaufen. Ja, tu ich doch gerade. Was soll ich denn damit machen? Und Sie sind beim FIB? Ja. Ich merke schon, ich merke schon. Nee, aber Sie können das ja auch beim Juvedier verkaufen. Das stimmt. Also ich wüsste jetzt tatsächlich gerade nicht, was ich mit Gold, äh... Zum Beispiel einen Ehering können Sie schmecken lassen damit. Oder ein Septon für die Nase. Ach nee, also ich hab noch nicht vor zu heiraten, tatsächlich. Naja, aber Sie können einen Fake-Ehering tragen, wie in diesem alten Sender-Film. Achso, Sie meinen so... Die komischen realen Anime-Typen lassen Sie dann in Ruhe. Achso, die Typen lassen mich dann in Ruhe? Ja, weil die sehen Sie, sind verheiratet. Ah, ey, das ist eine gute Idee, ich glaub... Ja, ich bin schlau. Ein Goldnagel kostet 1000 Dollar. 1000 Dollar? Ja, ist pures Gold. Pures Gold. Können Sie halt draufbeißen, geht nicht kaputt. Echt? Vielleicht bleibt er stecken, dann haben Sie einen Goldzahn. Ja, das wär schlecht. Warum? Kommt er bestimmt gut dann auf die Straße. Ah, klar, Moment. Ja. Ja, ja. Äh, warum... Wo? Ich warte hier, ne? Äh, wir sind aktuell, äh, total verliebt. Ja, also ich würd, äh, tatsächlich, äh, VL machen. Ne? VL, C, den Medi-Player hab ich auch. Genau, äh, ich bin aber gerade tatsächlich noch eben bei CKs. Ich muss da eben was zu essen holen. Und gestern, äh, ging tatsächlich bei dem langen Tag ein bisschen sehr viel, ähm, weg. Äh, in welchem... Ähm, äh, ja, kann ich sofort machen. Uh. Wie sieht's nun aus mit den Goldnuggets? Können wir später gerne machen. Tut mir nur einen gefallen, äh, nicht die 97. Bitte. Ne, ich hab 0,90er Gold. Ich hab mich gestern, ich hab mich gestern so aufgeregt, ehrlich. Warum? Ist das ne Generalpause, damit Sie keine GEMA zahlen müssen? Was? Ich warte auf ne Antwort. Ja, das können wir gerne später machen. Okay. Ich muss nur gerade zum Einsatz. Aha. Was jetzt? Oh, ich... Äh... Was ist jetzt mit dem Gold? Das machen wir später. Ja, aber später bin ich nicht mehr hier. Wie lange bist denn du hier? Ja gut, äh, Stark, dann meld dich gleich bei mir nochmal, ja? Genau, Toni, leg auf. Sag mal Bescheid. Kann sie mir ein Autogramm besorgen? Ja, ich sag schon mal Bescheid. Okay. Tschüss. War das Iron Man? Wer? Der Mann am Handy. Nee. War das Herr Stark? Was kriegst du von mir? Äh, 1900 Dollar. Äh, mach drei. Oha. Und was mit meinem Gold? Ja, das machen wir später. Aber Sie wissen gar nicht, wo ich später bin. Wo sind denn Sie später? Weiß ich nicht. Bitteschön. Unterwegs. Peanut, da muss erst ein Goldtest gemacht werden. Dann muss ich nicht ein. Du hast kein Geld. Bitteschön. Mein Goldtest. Wir machen das später, okay? Wolltest du mir deine Nummer geben, dann ruf ich dich an. Ach, jetzt auch noch flirten mit mir, ne? Okay. Wie heißt denn du? Dreimal die fünf. Ich heiß Erdnuss. Okay. Peanut. Ja, okay, hab ich. Drei, drei. Ja. Sieben, sieben. Ja. Eins, null, fünf. Okay, gut. Dankeschön. Ich ruf dich dann an. Guck mal, ich lass sogar durchklingeln schon, ja? Okay. So, guck mal. Oh mein Gott, Biggie, zieh dir ein T-Shirt an. Okay. Okay, gut. Dann bis später. Okay. Schöne, Kofsky. Heiße, die Nummer nicht. Scheiße. Du bist so faul in dein Herz zu laufen. Biggie, du kannst doch nicht dein T-Shirt dir ausziehen. Man sieht dein Nippelpiercing. Scheißhandy. Oh, was geht ab? Robert. Hallo, Faultier. Wo ist dein Loverbull? Hinten bei Caudi. Genau hinter dir. Was ist mit deiner Nase? Nichts. Warum? Oh mein Gott. Wie spitz. Oha. Hast du ein Problem mit meiner Nase? Nö. Siehst aus wie eine Hexe. Aha. Das ist ein Kompliment. Danke. Ich kann dir den Nimbus 4000 besorgen. Echt? Für den großen Harry Potter Fan. Wie viel? Was, muss ich das auch? 1500? Ne, 600 Dollar nur. Mahaguni Holz oder Besenholz? Mahaguni? Dann kostet 2000. Ja, ist okay. Machen wir so. Sprich, sprich den mal hinten da an. Der soll mal Mahaguni bezahlen. Ja. Ne, ne, der, der ist dumm. Der macht das nicht. Der ist kein Reporter Fan. Wolltest du nicht eh zähmen? Wem wollte ich zähmen? Sehe ich aus, den Jäger? Wir sind hier nicht in der Welt in der Kriegsbommel. Ich dachte, scheiße. Ich bin Paladin Level 12. Ich mache meinen Siegel an und dann kloppe ich dich mit dem Baden Burst weg. Komm weit von Edwin. Ich bin in Goldhalten. Immer. Du hast keine Ahnung, von was ich rede, ne? Ne. Kennst du den Litschkönig? Ne. Der sitzt auf seinem Thron und befällt die Untoten. Der ist voll stark. Aber Silvanas hat seine Krone kaputt gemacht. Einfach so. Okay, und dann? Dann ist der, ne, der ist nicht gestorben. Ich glaube, der lebt noch. Dann ist so ein Portal über Eiskunst zusammengebrochen. Und jetzt kann man in die Totenwelt rein. Wo die bösen Monster einkommen. Okay, das hört sich ziemlich cool an. Kennst du Killjaden? Der ist zum Beispiel da, der ist böse. Ne. Ja. Aber die Bösen sind immer die Guten eigentlich. Du siehst aus wie ein Nachtelf. Ein Nachtelf? Ja, ein Nachtelf. Die nennt man Baumknutscher. Warum? Weil die sind so ein Naturwesen. Na, ich bin nicht so ein Naturwesen. Ich hab auch mal ein Nachtelf gespielt, aber ich musste den lösen. Warum das denn? Weil ich hab eine Nachtelf-Frau gespielt und die fand ich süß. Ui. So. Unterhalte ich mich über... Ich bin grad von Welt der Kriegskunst und dem Lich-König. Oha. Und die hat keine Ahnung, worum es geht. Du hast keine Ahnung vom Wald? Nee. Ich hab ihr gesagt, sie sieht aus wie ein Nachtelf. Ich hab gesagt, sie sieht aus wie ein Nachtelf. Level 1. Level 1, ein Nachtelf-Hexe. Mhm. Wo ist dein Wischl? Es gibt keinen Nachtelf-Worlog, du Idiot. Die können keinen Hexemeister spielen. Nicht? Du kennst dich auch nicht aus, du bist ja voll den... Klar. Voll den Noob. Die können keinen Hexemeister spielen. Was? Können die nicht. Was bist du denn? Die Rassenklassen-Kombo gibt's nicht. Natürlich. Was willst du verlieren? Die könnten noch nie. Nachtelf haben nix mit dunkler Magie am Hut. Ja, okay, ich hab nix gesagt. Aha. Halt da die Klappe, du Noob. Geh wieder leveln in Westfalen, du Kack-Noob. Was zum Teufel ist eine ZDG, Junge? Ich war nicht in Schule. Ich bin auf der Straße aufgewachsen. Alter, wo ist Twinkie, Mann? Wo sind die alle? Ich bin ein WIW-Nerd. Ich hab so. Neue Brille kaputt. Welche Brille? Ey, kannst du mir das mal beibringen, das Spiel? Spielst du das mal mit mir? Selama Aschale Nore. Ich spiel das nicht mehr. Ich hab's durchgespielt. Wir reden über wilde Kriegskunst, Chef Cody. Wie, du hast das durchgespielt bis level 110, Max? Oh, Riese. Pass mal auf, ich hab T3. Ah, okay. Ja, wow. Hast du ja ganz schön viel Geld darin gelassen. Ja, hab ich auch. Irgendwie soll ich das Spiel jetzt lernen? Indem du einloggst in die Welt der Kriegskunst. Versteigte Aschalot mit Schwarz und Schild. Ist das kostenlos? Nö. Du kannst bis level 20 kostenlos spielen. Okay. Du musst dafür zahlen. Ja, toll. Du brauchst ein Abonnement. Und wie viel? Wie beim Peanut. Ich bin günstiger. Weil der Kriegskurs kostet 13 Euro. Ich nur 5. Oder 6. Okay. Kaufe ich. Was denn? Beides. Ja, ich guck auf mein Handy. Ich seh nix. Da kommt noch eines, gell? Da kommt noch eines, gell? Ich seh hier nix. Kommt noch. Nein. Als Wolle. Ich hab Wolle gebraucht. Mach das nicht. Mach das nicht. Ich mach das blind. Wo ist der? Hat jemand meine Frau gesehen? Deine Frau weiß es nicht. Nee, keine Ahnung. Oh. Hab I-Mail bekommen. Da krieg ich aber auch noch die Figur. Danke. Was war das denn? Richtig. War ja auch Spaß ein bisschen, ne? Da riech ich Geld. Moment. Hallo, wollen Sie Gold kaufen? Nein. Scheiße, ich wollte noch die 1000 Dollar fürs Gold holen, Peanut. Ich mach die Bestellung von der Dame und dann fahr ich los, ha? Wollen Sie Gold kaufen? Nein. Warum? Ja, ja, ja. Achso, ich hab mit Gold. Mit mir hast du immer was zu tun. Ach stimmt, das ist ja voll das wertlose Material. Hab ich ganz vergessen. Ich hab gar nicht, dass du ja den Boxring für dich freigebt. Okay, ach nee, ich hab schon Gold gekauft. Da. Hi. Servus. Na, du? Na? Du siehst aus wie ein Börsenmarkt. Du hantierst bestimmt mit viel Geld, ne? Nee, ich bin Busfahrer. Ach, Busfahrer. Ja, ich bin nur gerade, äh, kurz, äh, mal schnell was zu essen holen. Oh. Da verdienst du aber nicht so viel Geld, ne? Boah, ich sag mal, wenn ich Börsenmakler wäre, würde ich, glaube ich, einiges mehr verdienen, ne? Ich hab einen Kumpel, der arbeitet an der Börse. Der hat mir einen super duper Geheimtrick erzählt. Oh, echt? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich dir das verraten soll. Ja, ich, wenn das ein super duper Geheimtrick, äh, Trick ist, ich glaub dann eher nicht, oder? Ja, ich meine, ich, mich würd's nicht stören, wenn du mir das erzählst. Michael, beruhigen wir uns erstmal. Kann ich dir vertrauen? Michael? Ja. Ich fang zwar auch mit M an, aber heißt nicht Michael. Markus. Woher weißt du das? Markus. Ja, richtig. Hör mir zu. Ja? Ja? Der, der Prinz von, der von Abu Dhabi. Ja? Der will demnächst die Goldressourcen hier kaufen und sagen, Andreas. Okay. Momentan ist der jetzige Preis pro, pro ein Gramm Gold bei 1000 Dollar bei uns. Ja. In den nächsten Tagen wird er aber um 130 Prozent steigen. Oha. Ja, das ist auch einiges. Das heißt, du würdest quasi deinen Einsatz verdoppeln. Ja. Ich, ich probier das Spiel mal aus, ja? Ja, okay. Erg mich im Bettel nicht. Okay, pass auf. Ja. Aber an Gold dran zu kommen ist echt schwer. Und lass mich raten, ich komm nur über dich an Gold. Ja. Zufälligerweise sind wir gute Freunde und ich hab was aufs Tasche. Ja, ja. Mhm. Hältest du Interesse da zu investieren? Du zahlst quasi in deine Rendite ein. Ja, ja. Kann ich... Ja, okay. Dann, ähm... Ist das denn gewerblich angemeldet? Mein... Mein Goldhandel? Ja. Ja, natürlich nicht. Oh, ich glaub meinen... Ich glaub, warten Sie ganz kurz? Ja, ja. Ich warte. Please, hold the line. Es tut mir leid. Nein, Bubi. Du nimmst dich immer meine Geschäfte ein, Bürgerfritze. Ich weiß auch nicht. Dankeschön. Du ziehst mich magisch an. Kann auch die Gravitation sein. Was meinst du? Soll der Markus in Gold investieren oder nicht? Sag mal bitte nein. Sag mal bitte nein. Hallo, du kriegst ein Goldmünder für Tausende? Ich komm immer wieder hierher. Also, ich hab die Goldkette von dem Peanut. Ja. Ich mach die Menschen reich. Und du siehst, die Goldkette steht mir. Die ist ein schönes Markenzeichen geworden bei mir. Mhm. Ja, das stimmt, aber... Da bin ich Peanut sehr dankbar. Aber du musst doch immer verstecken, wenn der Arbeitsamt Termin hat. Das auch. Ähm. Ich würd ein bisschen rein investieren. So ein Tausender. Würde ich da mit rein investieren. Ich hab da auch schon ein bisschen Geld reingesetzt. Ist das denn wirklich so... Äh... Vertrauenswürdig? Denkst du? Hallo, ich bin Abbo Peanut. Natürlich bin ich vertrauenswürdig. Ich hab Tausend reingesetzt und hab das da wieder gegeben. Okay. Markus, wir kennen uns doch schon länger. Nee. Klar, du bist Busfahrer, Mann. Ich bin seit heute Busfahrer. Ja, woher soll ich das sonst wissen? Trotzdem, äh, Peanut, du kannst das Spiel. Kannst du kurz einen Meter? Ja. Dankeschön. Bei Meter bin ich dabei. So. Das macht 260 Dollar. Ui, vielen Dank. Dankeschön. Ich kann dir trotzdem sagen, dass mit Peanut, das ist ein gut... Die Kette hier... Ja, okay. Ich bin A3, wie bei einem Schneemann. Genau. Komm, ich investiere 2000. Zweite, warte. Ich muss das mal gucken. Hab schon... Also... Boah, wird sogar passen. Ich hab nämlich noch 3 Gramm Gold Nuggets bei. Also für 3000 theoretisch, ja? Nee, aber einen hat schon der Chef Cody vorbestellt. Achso. Ja, nee, okay. Dann nehm ich die restlichen... Ja, okay. Dann nehm ich die restlichen zwei. Hast du Bargeld bei? Oh, nee. Ich glaub, Bargeld hab ich... Lass mich raten, wenn du zum Geldautomat gehst, kommst du nicht wieder, weil du verläufst dich unterwegs. Aber du kennst die Straße noch nicht so gut als Busfahrer. Ähm... Wo ist denn hier ein nächster Geldautomat? Ist hier nicht vorne eine Tanke? Lass mich mal überlegen. Oh. Doch, da vorne ist eine Tankstelle. Da ist einer. Ja, bleibst du kurz hier? Ja. Ich komm wieder. Aber ich hab verdammt gute Augen, Markus, und ich weiß, wo du arbeitest. Ich komm wieder, gar kein Problem. Okay, ich warte hier. Also 2000, sagst du, ja? 2000. Alles klar, ich komm gleich wieder. Alles klar. Den sehen wir nie wieder, Schatz. Der kommt nicht mehr wieder. Eigentlich könnten wir wetten. Lass mal ne Wette schnell abschließen, Oma. Ob der wiederkommt oder nicht. Hihihihi. 1,5 Millionen, 3,6 Millionen. Oh. Hi. Na? Machst du noch Geschäfte hier mit Gold oder was? Ja, bin quasi ausverkauft. Aus... Wie? Ja, ich dachte... Ich hab nur 5... Ne, ich hab... Deinen Golden Nugget hab ich noch. Ach so, ich dachte, er hätte meinen Golden Nugget weggegeben. Was kriegst du? 1000 Dollar. Hast du mehrere zur Auswahl? Ja, ich hab 3 Stück zur Auswahl, aber die sind... Sag mal her, ich will mir das Schickste aussuchen. Alle 3 soll ich dir zeigen? Ja. Aber wenn du wegrennst, ne? Da guckst du dir an. Such dir einen aus. Hm. Der hier sieht am größten aus. Da ist bestimmt irgendwas... Das hast du bestimmt gestreckt oder so. Ja, wie kann man denn Gold strecken? Weiß ich nicht. Mit Stein oder so da drin? Ach so ein Quatsch. Das ist pures Gold. Nein, mit wem kannst du auch mit dem Hammer draufhauen und dir das Innere angucken. Ich kann Tricky draufwerfen. Nein, unter Druck entstehen Diamanten. Das ist noch wertvoller. Das siehst du, wäre doch voll gut. Wenn du die draus setzt... Oh Mann, oh Mann. Pudding Backschin, ich komm sofort. Ja, guck hier. Du hast einen wieder und ich kauf zwei. Nee, geht nicht. Die anderen zwei sind reserviert. Oh, was? Der Markus wird zwei haben, wenn du wiederkommst. Alles raus ist keine Mietezeit. Okay, dann kriegst du den noch. Der sieht auch nicht so gut aus. Danke. Bekommst du Geld wieder? Nee, passt schon. Aber dann lieferst du mir noch eins nach, okay? Okay, mach ich. Sonst eins wäre ein bisschen wenig für den Goldstein. Besorge ich für morgen. Ja, easy. Ja, muss ich bei. Sonst kriegt er keine... Gut, dann gute Geschäftsfälle. Dann kommt Markus wieder. Ja, dann steht er vor mit Markus. Ich hätte nicht damit gerechnet. Danke. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er wiederkommt. Hi Markus, da bist du ja wieder. Ich war kurz näher im Würfelpark. Im Würfelpark? Aber vor dem Tankstil ist einer. Ich weiß, aber ich dachte, die wäre dahinten. Ich habe sie nicht gefunden. Okay. So ist das als Busfahrer. Und wie kontaktierst du mich? Das will ich jetzt erst mal gerade wissen. Das ist mir so auf den Weg in den Kopf gekommen. Wie meinst du das? Ja, wenn ich doch irgendwie da Wertsteigerung eventuell rausmache, wie kriege ich das Geld wieder? Wie sieht man sich? Wie trifft man sich? Du meinst, wenn du die Goldnagel zwieseln willst, um mehr Geld damit zu verdienen? Ja, richtig. Genau. Warte, wenn ich es schulde. Heute ist der 17. Am 19. Ja, was ist der? Gehst du zum Juwelier. Okay. Weißt du, wo der Juwelier ist? Ja, den kenne ich. Da, wo der Schmuckladen ist. Ist doch auch Juwelier, oder nicht? Und der kauft das an. Echt jetzt? Und dann bekommst du pro Goldnagel ungefähr 3500 Dollar. Oha. Oha. Aber du musst natürlich wissen, wann die Dinger hochgehen, ne? Naja, okay, verstehe. Mhm. Ich mach die Leute reich. Ich vertraue dir. Let's call die Fragen. Der hat gerade, der wollte sogar gerade alle kaufen. Aber ich hab gesagt, ich hab für Markus die letzte Woche reserviert. Ja, ja, ja. Und vielleicht find ich noch mal neue. Weil Gold ist selten. Ja, das stimmt. Gold ist nicht so. Ich vertraue dir einfach mal. Hallo, ich bin Peanut. Mehr kann man vertrauen. Ja, keine Ahnung. Ich kenn dich nicht. Jetzt kennst du mich. Ich mach dich reich. Dein Busfahrerleben hat ein Ende. Ja, ja. Du hast eine dicke, fette Zentone mit schwarzem Fensterscheibe. Mhm. Und irgendeine Perle vom Erberfeld neben dir sitzen. Und wohnst du in den teuersten Häusern. Von Wein, Wut, Hüls. Und wir schliefen kalt Pirineas. Also sagen wir es mal so. Gut reden kannst du. Du könntest gefühlt bei Weasel News arbeiten. So wie du redest als Reporter oder so. Gut überzeugen kannst du zu 100%. Irgendwie so als Makler für Werbung oder so was. Weißt du? Du wolltest uns so ein Shit sagen. Das sagt man da beim Fernsehen nicht. Deswegen hab ich schnell zurückgezogen. Ja. Ich hab's gar nicht ausgesprochen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Hast du den Rucksack bei? Weil die sind, ist zwar nur ein Gramm, aber es wiegt trotzdem wie ein Kilo. Oh nein, ernsthaft jetzt. Wir können zu deinem Auto kurz gehen. Ja, das wäre, glaube ich, einfacher. Guck dir meine Frau an. Du darfst kurz gucken. Das ist ein Package, ne? Das ist ein Kernpaket für mein Herz. Das sag ich dir aber. Kann ich mir vorstellen, ja? Warte kurz, Markus. Du musst da kurz. Warte. Warte. Oh. Ich komme gleich wieder vor den Teilchen. Ich bin kurz vor der Tür hier. Mit Markus. Meinem neuen Geschäftspartner. Oh, liebe. Ne, weg. Was zum Teufel mache ich hier, Alter? Oh. Hast du die gesehen? Ja, habe ich. Ja. Und jetzt kannst du mir noch mehr vertrauen. Was meinst du, wie viel Geld ich verdiene, damit ich die ernähren kann? Ja, aber gut, das ist ein gutes Abend. Und wenn du mal genug Cola hast, sagst du Bescheid. Ich kenne ein gutes Casino. Da können wir alles wieder verlieren. Mama, was hast denn du für ein... Ach, du. Sag mal, bist du Hobby-Tuner? Was ist das denn? Ich wollte mal so ein Auto haben, was so richtig aufgemotzt, so richtig übertrieben ist. Bruder, kauf dir mal eine Flexer, das Ding muss ab. Was ist das denn? Oh, du glaubst du. Machst du dir da mal eine Kippe an, oder was? Ich könnte dir gerne mal eine Kippe anmachen. Soll ich dir mal zeigen? Was ist denn das für ein Muppelt? Ja, ja, das ist ein Brett. Hast du zu viel voll normal geguckt, oder was? Ja, und so ein bisschen Fast and Furious, ne? Ach, du Scheiße. Weißt du was? Du bist mir so sympathisch. Wart denn? Jetzt wollen wir kein Eirat. Ich geb dir sogar 500 Dollar mehr. Boah. Boah, sag mal, der Umschlag. Muss ich nachzählen, ne? Ich vertraue dir, Markus. Oh, ja, du kannst mir... Soll ich da hier im Koffer rum, oder weitergucken? Ja, warte mal. Ich mach mal auf hier den Koffer rum. Ja, ich fang. Einen schon mal. Kannst du draufbeißen. Ja, nee, nee, da... Ich will nicht auf... Warte, dann lege ich dir den im Koffer rum hier rein. Dankeschön. Peanut. Ich weiß nicht. Hast du schon so ein Bankschließfach? Äh, nee, ich hab das nie für sinnvoll. Aber ich glaub, mittlerweile ist es sinnvoll, oder? Du kriegst da schon eins zum Kaufe 15.000 Dollar. Es trägt hier ein Merke. Oh, und das ist, äh... Hat das monatliche Kosten? Nee, nee, einmalig nur. Oh, 15.000, das geht ja voll fit. Du musst die... Du musst das echt gut verstecken. Ja, nee. Weil wenn die ganzen Asylzahlen kommen, mit den komischen Wasserpistolen von rechts am Puschen, die nehmen wir das Zeug weg. Ja, ja, logisch. Ja, okay, ich merk mir das. Peanut, wirklich, dankeschön. Ansonsten bin ich eigentlich jeden Abend hier. Wir können nur noch mal tauschen, Markus. Oh ja, das können wir gerne mal machen. Warte, ich hab schon mal einen Freund gehabt, der hieß Markus. Ach, den hab ich schon gelöscht. Du bist jetzt mein neuer Markus-Freund. Okay, perfekt. Hast du auch vielleicht Interesse an Pennystocks? Was ist denn jetzt Pennystock noch? Ja, das sind kleine Aktien von neuen Firmen, die noch nicht an der Börse sind. Ach ja, sowas ist das. Ja, so Start-Up, oder? Du kannst damit wenig Geld viele Anteile kaufen. Und wenn du Glück hast, ist das so eine Garagenfirma und irgendwann boomt es und explodiert. Und dann bist du Multitorel und ja. Und Microsoft wurde auch in der Garage gebaut. Ja, das sind zufällig alle kleinen Firmen, die jetzt irgendwie heute groß sind. Komischerweise. Das ist alles aus dem Silikon-Valley. Ja, ja, stimmt. Da wo die die Möpse machen. Die verrückten, die... Titi ist ein Computer, genau mein Nobi. Verrückte Welt in einer verrückten Welt. Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, also, ich bin dir ehrlich, wenn das jetzt so mit den Goldnagels so stimmt, ja? Mhm. Dann bin ich wirklich... Aber keinem verraten, ne? Nein, nein, nein. Nein, das behalte ich wirklich für mich. Und ich bin dir ehrlich... Ähm... Wenn da... Ich meine, vielleicht der... Wenn der Preis auch nur angestiegen ist. Muss ja nicht mal ganz... Auf ganz hoch, oh, 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 oh. Allzeit hoch, oder wie das da heißt. Oder wie auch immer so, weißt du? Das ist Angebot und Nachfrage, ne? Wenn der Markt beschwemmt wird... Ja. Dann sieht's nicht rosig aus an der Börse. Ja, stimmt. Nee, aber angenommen, das stimmt. Dann bin ich ehrlich gesagt interessiert, wirklich einen Tick mehr zu investieren und dann auch vielleicht in Penny-Stocks und sowas. Alles klar. Ach so, wir wollten noch Nummer drauf. Ach ja, woher? Drei mal die fünf. Ach so, warte. Ja, dreimal die fünf. Drei, drei. Drei, drei. Sieben, sieben. Sieben, sieben. Eins, null, fünf. Eins, null, fünf. Ja. Äh... Peanut. Peanut. Oder Erdnuss. Ich schreib... Ich beschreib dich als Peanut in Klammern Börse. Böse. Böse? Oh. Äh... So. Bei dir kickt aber auch manchmal, ne? Was denn? Wieso? Was war denn das gerade? Du Knallkopf, du. Ich hab auch manchmal solche Tics. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Mein Handy auf einmal so. Ja, Alter, Pina. Hallo. Er ist da. So, jetzt hast... Das war meine Nummer. Schatze, die Leute mich anrufen, auflegen. Ich war das... Ach so. Jetzt hast du meine Nummer auch. Alter. Mein Handy spinnt. Alter. Markus. Mit K bitte aber. Ja, mit K. Ja, viele schreiben mit C. Markus. Genau. Okay, wir machen Schärfe. Genau. Hoffentlich werden wir irgendwann reich und dann kann ich mir ein eigenes Busunternehmen aufbauen oder sowas. Nee, das ist nicht wie viel. Naja, eher was anderes. Ja, das würde ich dann Freddy nennen. Freddy? Freddy, komm Bus bauen. Dann würde ich vor dem Fensterscheiben so Decken hängen. In der Anonymität. Oh nein, das reicht, ja? Meinst du, ah, warte, wir machen was Neues. Es gibt doch so in Zügen diese Nachtzüge, weißt du? Wo man drin schläft. Dann machen wir in den Bus. Oh, Quats Express, aber dafür brauchst du fliegende Autos. Die kriegst du nur beim Mannager. Das stimmt, ja. Ach, das verstehst du nicht, das ist ein Börseninsider. Oh, mein Froh, dann. Ja, Pudding-Teilchen. Ja, Speckschnütchen, jetzt ja gleich Zähne, ne? Ja. Ähm, und der Cody hat gesagt, ich kann für dich mitbestellen, solange bis 10 Uhr nicht 10 Leute hier stehen. Okay, ich komme sofort rein. Das ist wieder ein heißer Tipp, den ich dir Markus auch geben kann. Danke, dass du mich dran erinnerst. Ich habe kein Ding hier. Alles klar, pass auf, Markus. Ja. Jeden Abend um 22 Uhr kannst du hier beim Cody ein Menü kaufen. Und dann kriegst du eine Actionfigur dabei. Oh, ich habe schon gesehen, die Actionfigur, die wird voll teuer verkauft, ne? Oh ja, komm, ist, glaube ich... Wie teuer ist denn überhaupt ein Menü? Man, 1000 Dollar oder so, weiß nicht. Oh, das ist ja voll nicht ich. Komm, wir stellen uns schon an. Ja, komm, komm, komm. Ich kann ihn doch gut verkaufen, ist auch ein super Tipp. Oh, eigentlich muss ich Bus fahren. Ich habe mein Schiff gesagt... Hier wird jetzt kein Bus gebaut. Pack den Lümmel wieder ein, ab den Cody. Nein, nein, Bus fahren, transportieren, Leute. Mann, um die Uhrzeit fährt kein Bus. Hast du mal was von Uber gehört? Doch, jetzt fahren die Leute erst recht. Jetzt sind sie heiß. Die fahren Taxi. Oh, denkst du, die stehen da alle schon an? Ja, klar, die sind verrückt. Ganzhaft jetzt? Du kannst teuer handeln. Boah, Biggie, zieh dir mal ein T-Shirt an. Geht nicht, das liegt in der Apotheke. Mein Gott, ich wusste gar nicht, dass du ein Bauchnabel-Piercing hast. Ich habe doch kein Bauchnabel-Piercing. Ja, dann pull mal den Pfirschen da aus. Ih, das bewegt sich. Das kann gut sein. Das ist mein Geheimvorrat an Tabletten. Oh, ist das hier die Schlange schon für die Menüs? Ja, du bist hier... Boah, dann stelle ich mich auch schon damit an. Pina, du stehst doch bei Twinkie. Genau. Nee, da ist noch der Herr mit der Sonnenbrille. Nicht, dass der meckert. Ich bin ja in der Schlange drin. Alles super tutti. Ich hätte auch kein Problem. Ich bin sehr vorwürdig. Ach, nö, ich habe viel Zeit. Time is money, friend. Du nicht neben Kerl. Aber wie geh holt er nachher noch mal an bei dem einen Dingens? Bei wem? Mit dem Paschen da. Oh, oh, mein Schiff ruft an, Peanut. Ja, geh dran. Sag, oh, Schiff, gerade Durchfall. Geht nix. Nein, ich glaube... Oh nein, der rastet aus. Ich habe zu viele Geschäfte gemacht. Peanut, vielleicht... Ja, ich rufe zurück. Bevor du keins kriegst, ich lasse dich vor, ja? Okay. Ich hole mir vielleicht... Denkst du, die Tage hat das auch noch? Also Spielzeuge? Jeden Tag. Dann komme ich morgen. Okay. Wenn du keins kriegen solltest, im Ende des Monats, verkaufe ich dir 1.200.000. Ja. Jeden Monat ändern die sich, ne? Dann scheitert der Wert. Ja. Ich habe jetzt heute... Kriege ich mal ein 8.000. Ich sammle die irgendwann und kaufe wieder von Haus. Entschuldigung. Ey, du hast mehr Licht als ich. Ich bin nicht. Ja, okay. Oh nein, ich muss Schiff anrufen. Ja, ruf Schiff an. Okay, ich wünsche euch was. Und vielen Dank, vielen, vielen Dank, ne? Ja, Markus, immer. Komm her. Komm her. Oh nein. Fingern durch Mexiko. Solltest du dich mal rasieren. Das ist ja ekelhaft. Weltbild zerstört, egal. Tschüss. Und schon wieder einen Platz weiter in der Nahrungskälte. Go. Glaubt doch bestens. Twinkie, guck. Achte ja auf Materialfehler. Ja. Hypoparty. Wo ist denn das? Ich frage mich so oft, Alter. Ich laber, ne, Alter. Was geht ab dem Rutsch? Oh, krass. Was habe ich da gerade schon wieder gemacht? Wollt da doch mit uns hin. Der Typ rennt am 19. Nach hin und verkauft hat und der kriegt für den Goldnugget 40 Dollar. Ich laber, die haben noch nicht gerade gemacht für den Gehirnchen. Ach, die Unicorn. Aber wenn der Bibi nackt, die Frauen sind, wird handlich im Schlafzimmer fehlen. Ich tu. Ich brauche da sowas nicht. Das ist gar nicht. Pulling-Kleinchen. Papa hat heute wieder Kohle rangeholt. Ja, schön. Darüber reden wir gleich noch. Ja, okay. War schon eine gute Hilfe, Peanut. Ja. Na, aber das stimmt, was ich sag, ne, mit der Börse und dem Gold. Ja. Ihr werdet alle sehen. Und später werdet ihr euch ärgern. Genau wie bei Bitconnect. Hm. Hätte ich damals mal in Gold investiert. Mann. Aber du weißt, dass Gold nicht mehr so viel wert ist nach dem Börsenquash. Das ist ein absolut wertvolles Material. Nach dem Börsenquash. Du hast einen Börsenquash in den Hosen, Junge. Ey, Jacob, willst du meinen Goldnugget kaufen? Nur 3000 Dollar. Lass mich mal in die Börse gucken. Ist schon wieder um 5% gestiegen. Wie viel bietest du, Biggie? Ich gebe 1 für 2,5. Oh ja, ich wünsche. Ja, hätte man jetzt noch den Satz verstanden. Nee, nee, ich verkaufe 1 für 2,5 an ihn. Nee, dann nicht. Tut nicht so, als würdest du Gold finden, Biggie. Du bist auf dem Erdbeerfeld unterwegs. Oh, her mit dem Püppchen. Ja, wir haben 10. Chinky, du kannst vorher. Ja, alles klar. Oh, danke schön. Bitte schön. Also, ich hätte einmal... Da geht rüber. Einmal, einmal das... Drüben ist das... Ein... Gold. Dann gehe ich rüber. Was denn inbegriffen? Tag, Chef. Tag, Tag. Was darf sein? Jetzt gebe ich dir ja quasi den Nagel, dumm Sonn. Nein, du kriegst ja dafür... Ja, ich bekomme so ein Menü mit dem Püppchen drin. Okay, jetzt ist es echt ein Burger. Klar doch, klar doch. Cheeseburger. Cheeseburger. Welchen Starter? Gold. Was? Welchen Starter? Ein Coke. Welchen Starter? Ja, Pommes, Potato Wedges, Burrito, Corn-Doc, Eiscope, Onion-Wing, Chili-Cheese-Nuggets, Chili-Cheese-Nuggets oder Chili-Cheese-Nuggets? Na, nimm Platz, bring dich an den Tisch. Ähm, welche Süßspeise? Wer wirkt am 100, und du... Apelkuchen. Haben wir nicht. Wir haben Twinkie, Blaubell-Muffin, Schoko-Muffin. Was möchtest du denn? Twinkie, als Getränk bestimmt. Trinkpäckchen. Ein Trinkpäckchen. Trinkpäckchen für alle. Und welchen Shake? Ein Gorito. Ein Trinkpäckchen. Ich hätte gerne Schweizer Schokie-Check. Ein Trinkpäckchen-Check. Easy. Nimmst du Platz, brich dir gleich. Okay. Biggie kommt dran jetzt. Alle ausverkauft schon, Biggie. Nee, nee. Doch, doch. Ich muss mich schon besiegen. Nee, das geht nicht. Nein, das Stream hängt nicht. Wir schreiben nur nicht welche. Wir sind alle müde. Ja. Soll ich dir was verraten? Was denn? Ich hab fast 9000 Dollar verdient. Ja, dann erzähl mal. Ich hab Goldnuggets verkauft, bin jetzt im Goldhandel. Sehr gut. Sehr gut. Also trinkpäckchen. Ja, schön. Hm. Ja. Bin fleißig. Ja. Jetzt investier ich nur mal 1000 Dollar in die Actionfigur und die schließen wir sofort weg. Ja, so wie. Actionfiguren sind irgendwann richtig kohlewärm. Du hast schon 8 Stück? Ja, mit der heute hab ich 8 und meine Frau auch. Ja, zusammen haben wir dann 16. Und es werden glaube ich nur 350 rausgegeben, ne? 340 gibt es, 10 Stück am Tag und was mit den anderen ist, weiß ich nicht. Denk mal für die Mitarbeiter. Hm. Aber guck mal, wir haben schon 16 Stück zusammen, ey. Ja, ich bin mir sicher, irgendwann kostet die richtig Kohle. Ja, du musst so denken, irgendwann kommen welche, die sind eingereist, dann omnisst du, ich hab die von April nicht. Und dann kannst du sagen, ja hier, guck mal, kannst du dafür so und so viel haben und gut ist. Ja, 100.000. Ja. Ich will mir damit... Moritz, tankst schon für 500 Bits. Ja, wir haben ja Autos. Handelt ihr schon mit den Taschen und so? Nee, aber da gibt's jetzt so ein Outlet, aber die gehen nicht ran. Die werden noch niemals rangehen. Warum? Weil das nämlich Fake ist. Ach nein. Oha. Also keine Tasche, oh Mann, oh. Weil die Leute nämlich komplett durchdrehen, da wurde nämlich ein Tesseract-Auto gegen eine Tasche getauscht. Ja, das hab ich auch schon gehört. So ein Auto für über eine Million Dollar gegen die Tasche. Also ich muss sagen, ich hab von der Nura so Crocs Geschenke gekriegt, die hab ich dann auch gleich in den Auto weggeschlossen und eingeparzt, weil... Ja, ich darf einer das klauen. Ja, das muss... Wir haben uns extra so ein Schließfach gekauft. Ja, mir wollt einer seine schwarzen schenken, aber die passen mir nicht, hab ich gesagt. Nee, lass, passen leider nicht. Ja, aber die Taschen, eine Tasche kannst du ja nehmen. Ja, das Problem ist, da wusste ich noch nicht, dass die Dinger für 500.000 verkauft werden. Hätte ich das gewusst, hätte ich ja gesagt. So, dann einmal bitte ich dein Menü. Bitte sehr. Cheeseburger. Chili Cheese. Danke. Brinky. Danke. Trinkpäckchen. Und vorsichtshalt. Schoko Shake. Danke. Ja, und natürlich die Figur. Warte, die muss ich inspizieren. Die werde ich einschicken und raten lassen. Hm. Herr Fischer hatte neulich noch eine gute Idee, dass wir bei den nächsten Auflagen der Figuren vielleicht so kleine Drehscheiben drunter machen, dass man damit sich bellen kann. Oh, cool. Ja, wisst ihr, dann ist da so ein Drehrad dran und dann kann man drehen und dann zeigt das den Angriffswert und dann kann man damit kämpfen. Ich finde das auch eine gute Idee. Was denn? Wenn die eine Autobatterie schließen könnten, dann sagt die, die vibrieren. Sorry. Entschuldigung. Ich habe zu viel Luft eingeatmet. Kaum beim Lampen. Ich habe noch ein Unicorn. Ich glaube, die können da helfen. Wenn ich, Roleplay ist mega cringe, aber ist doch ultra lustig. Wenn du auf Leute triffst, die das nicht, die das so comedy-mäßig machen, nicht so krass ernst nehmen. Der Guild Wars 2 Typ. Vielen lieben Dank für vier Dollar für Tinkerpäckchen. Hier habt ein paar Tinkerpäckchen gelutet rein damit. Dankeschön. Nicht unbedingt, es gibt auch welche, die spielen eine Series und da kannst du echt coole Geschichten verfolgen, wie in so einer Serie. Gibt aber auch viel Mist. Ich mache auch viel Mist. Hallo, Chris Anthem. An die Leute, die geresubbt haben und gesubbt haben, wenn ich euch nicht vorgelesen habe, tut es mir leid. Aber ihr wollt ja RP sehen, ne? Soll nicht böse auf mich sein. Dankeschön. Oh, Kunstschaft. Ich muss mal kurz zahlen. Achso, nee, hier. Du, äh, Pina, du musst noch kurz zahlen. Ach ja, ich zahle. Mit Karte? Mit Karte? Ne, ich kann nur Bar zahlen. Ja, easy. Tausend, ne? Ja, richtig. Und was habt ihr heute noch? Besten Dank. Oh, das ist das Problem. Vielleicht schauen wir mal. Oh, gut. Ach komm, stell nicht zusammen. Auf der Party vorbei. Was für eine Party? Oh, das ist eine Hip-Hop-Party. Die Hip-Hop-Ambi-Party im Kiez-Club. Wo ist das Party? Im Kiez-Club irgendwo. Wo war das? LSC? Was ist ein Kiez-Club? Keine Ahnung, du. Irgendwie ungemütlich hier. Wo ist denn das? Ich weiß es nicht. LSC meinte. Holy Glory. Was kurz eintritt? Weiß nicht. Ich versuche mal Willi anzurufen. Er weiß das. Oh, war es mal Opa Willi? Ja. Wenn der jetzt unterwegs ist, ne? Arschloch, ruf mich nicht an. Mich auch nicht. Aber es ist besetzt. Hi, Peanut. Ich dachte, du hast uns lieb. Hab ich auch. Du rufst nicht mal am Praxis. Mir geht auch, Junge. Mir ist deine Familie ja mehr an. Müsst du Security heute in irgendeinem Club? Das hast du süß gesagt. Äh, nein. Entschuldigung. Und ich hab... Äh, mir ging es nicht so gut gestern. Okay. Ja. Und wie geht es dir jetzt? Immer noch nicht so gut. Also, besser, aber ich muss mich ablenken heute. Deswegen geh ich heute auf die Party. Warum hat einer deiner fünf Huren Schluss gemacht? Was hast du dir jetzt gesagt? Sag Willi, beruhig dich. Ach du Scheiße. Gehst du heute feiern? Ja, ich muss fahre. Du halts Maul. Ich hasse dich so ernst. Ich sag dir, bitte in deinem Bart. Ist gut. Ja, ist gut. Das ist beruhigt. Ja, meinen Sie, das ist beruhigt? Ja. Wir sollen feiern, Willi. Können Sie einmal... Äh, ja. Ich gehe feiern. Wo denn? Äh, im Kids Club. Wo ist es? Wir kommen auch. R'n'B Hip-Hop Party ab 22 Uhr. Oh, ist schon dran. Wo ist das? Äh, ja, im Kids Club. Ja, wo ist ein Kids Club? Äh, der ist... So... Twinkie. Der Kids Club ist direkt am Kleidungsladen. Am Kleidungsladen? Äh, für du. Am Kleidungsladen? Ja, 11. Ich höre sie immer 11. Sag mal türkische Zahlen. Äh, warte, 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 warte. Dein Lackenzeichen? On-Iki, ne? Oder so. Nein, warte. Bier, Iki, Ütch, Dörd, Bech, Alte, Jid, Zinkist, Dokus, On. On. Was ist denn? On. Bier, On-Bier. On-Bier ist 11. Ja, komm mal. Kipp, Kipp. Ja, schon Figur. Hey, George, wer ist in der Borch? T-Tamam, Pina. Ich mach dann 1000 Euro. Boah, geil. Weißt du, was Eintritt kostet? Äh, 1000. Oh, das ist aber günstig. Ist okay. Ja, das ist okay. Ähm, ja, dann sprechen wir gleich mal. Weil das gestern viel passiert. T-Tamam, dann kochen wir gleich vor der Klüpp. T-Tamam, Abi. Lack wild, die lassen mich nicht rein wegen schwarzer Haare, ja? Du bist gleich. Ja. Gülle, gülle. Nein. Mann, ey. Wir haben Bock heute auf die Epo-Party mitzupacken. Also, dass ein 1000 Dollar kurz eintritt in eine hippe Epo-Party mit dem Kiez. Ja, nun. Ja, super. Gehen wir da hin? Ja. Aber voll zum Schliefbach, ne? Ja, natürlich. Müssen wir das wegpacken, ne? Ja. Alles okay. Nein. Nein. Verraten. Komm zu dir, Minion. Entschuldigung. Komm zu dir. Ich hab wieder Flashbacks in meinem Autoteppich von damals, als ich klein war. Oh, der... Ich bin einfach nur aufgedreht. Ich hab die Müdigkeit besiegt. Das liegt am Trinkgepäckchen. Da ist Koffie drin. Macht 1100, bitte. 1000? 1100. Nats, nats. Nats, nats. Komm, wir fahren kurz zum... Unserem Schlüssel. Weißt du jetzt, wo die Party ist? Ja, beim Kiez-Club. Bitteschön. 1000 Dollar Eintritt. Dank, guten Hunger. Wo ist der? Hip-Hopper, nein, wie? Beim Kleidungsladen, bei der Posterzeit mit Kleidungs... Der 11. Kleidungsladen ist in der Stadt. Okay, vielleicht sind wir heute Abend auch da. Ja, wie, vielleicht? Komm mal hin, lass uns ein bisschen Party machen. Ja. Jungen, let's dance, Alter. Zank, zank. Ich warte, ich kann auch... Ui. Wir lassen uns Party machen. Wir waren noch nie Party machen. Hi, Party ist lustig. Ja. Wir sind... Okay, 22 Uhr hat schon angefangen. Wir sehen uns dann. Ja, bis später gleich. Wir sehen den T-Shirt dann. Bitteschön. Bitteschön, tschüss. So, macht's alle gut. Tschüss, schön Abendloch. Ja, dir auch. Okay, ich muss jetzt noch zum Friseur und ich will mich nochmal umziehen. Ja, okay. Aber vorher fahren wir zum Schlüssel. Ja, okay. Obwohl, ich hab die nur auf. Und zum Bankautomat. Ja. Ja, stimmt, du musst mir ja noch Geld geben. Sag mal, fährst du den Jogaloo? Ja, klar. Verbrecher. Ist er komplett dumm? Wir parken so. Wie soll ich denn jetzt in mein Auto kommen? Von der Beifahrerseite, Twinkie. Ja, warte. Versuch. Oh mein Gott. Hau auf. Hau auf. Wir kriegen doch nur wieder ins Maul gehauen. Steigt vor dem Beifahrerseite. Oh, der ist ein Park wie so ein Idiot. Ja, der packt. Oh, schnell, Twinkie, schnell. Ich wollte gerade fragen, ob ich umparken soll. Ja, nächstes Mal parken, bitte ein bisschen besser, okay? Ja, ich gebe mir Mühe. Twinkie ist nicht in die Auto gekommen. Ich wollte gerade die Flex auspacken und die aus dem Cabrio machen. Oh je. Ihr wollt mir erst den Abschlepper rufen. Ja, das wäre nicht gut gewesen. Das ist nicht mein Auto. Aber danke, dass du es gesehen hast. Ja, kein Problem. Okay, ich wünsche dir was. Wir sehen uns auf dem Party, Bruder. Ich wünsche dir auch was. Schönen Abend noch. Tschüss. Ich hätte nicht gesehen, dass du auf dein Auto eingetreten hast. Wir kommen manchmal mit Sachen durch, ne? Das ist unvorstellbar, ist das. Ganz ehrlich, war auch so ein Fehler. Ja. Äh, nee, danke schön für den Husten. Hallo, Edel. Hat er ja auch selbst gemerkt. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist mit Party heute. Aber... Willst du mich? Ja, doch, doch. Wir gucken. Oh, das ist einfach eine Karriere. Gibt es mir deine Actionfigur, damit ich dir einsperren kann? Ja, okay. Ja, warte doch. Ja, ich komme rüber. Hui. Komm doch rüber, geslidet. Was ist mit deinen Händen? Ist dir kalt? Lass mich in Ruhe. Das habe ich mir jetzt schon wieder getan. Die Glück. Jetzt geht's. 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 Die geht richtig auf in ihrer Rolle. Also, ich habe mal reingeguckt. Wir haben schon vier Stück. Jeder zwei. Ja, das ist doch cool. Ja. Ja. Ursatlich, okay. So, als nächstes gehen wir vorne zum Fisse. Ich warte, okay? Ja. Es ist nicht entscheidend. Und, Schatz, wie geht's euch? Wollt ihr Tinklepäckchen? Nein? Okay, dann nicht. Hukulu, Mindrip. Hukulu. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir dann gleich wegrushen. Und der Server wird einfach voll sein. Ähm, Twink. Hey! Wer war's denn? Bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Was streckst du denn aus? Du hast mich aus dem Auto gezogen. Oh, komm. Wo hast du die Kraft, Junge? Du spinnst ja wohl. Ach, du spinnst ja wohl. Wir fahren aber zum... Warte mal her. Wer ist denn der? Da kommt kein Zug. Oh, mein Gott. Hallo? 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 Verdammt. Hallo? Hören Sie mich? Hören Sie mich? Hallo? Geht er die nicht gut? Oh, ich glaube, der ist halt am Jagen. Der sucht bestimmt seinen Koffer. Der sucht bestimmt seine Zukunft. Oh, mein Gott. Ja, ja, nein. Bei mir ist alles gut. Alles gut. Ja, ich merke schon. Links ist ein Discount-Land gewesen. Oh, okay. Ja, aber vielleicht ist der mir zu asozial. Boah, diese Millionen Sterne. Guckst du dir an? Ja. Wow. Das sind sicherlich... ...undestens... Wow. ...zwei. ...zwei. Ich habe irgendwie das Gefühl... Oh, Mann. ...zwei, oder? ...zwei. Das ist so unnormal leckt, Alter. Die Müdigkeit ist überwunden, obwohl die gerade wiederkommt, aber... ...hier mal schon 10 Uhr. Ich halte durch, nur für euch. Kann nicht so bleiben, Joll, ne? Ja, klar. Was siehst du? Oh, mein Gott. Das war knapp. Miss Sabine nur in Gelb, auch gut. Ja, moin. Ich bin's. Ja, auch schön, dich wiederzusehen. Pass auf. Ich brauch ne Hose. Ich stelle mich da vor, du. Kaffee, die. Ne, nicht die. Oh ja. Die ist schon schick, aber heute suche ich eher was Edeles. So, im Hip-Hop-Style. Was sagst du, Speckbäckchen? Ach, du? Oui, Memo, guck mal. Ja, dann nehmen wir die doch. Geil, so. Ja, die muss selten gehen einmal. Und dazu... ...dieses eine Oberteil. Ja, genau das. Super, das nehm ich. Oh, das ist richtig schluft im Magen. Danke. Oh. Oh, okay, komm. Twinkie, du bringst mich nicht verlegen, Herriss. Oh, die Wurden. Wie erfahren das von den beiden? Ich glaub, du hast ein paar Knochen gebrochen. Steh gar nicht, was die haben. Ich kippe ein Abi ein. Okay. Und die denken jetzt bestimmt nicht mal, dass du das machst, du Knochen. Du bist so ein Schwein. Oh, komm. Du bist ein richtiger Chris-Antim. Wir sollten vielleicht nicht da direkt vor der... Naja, wir packen direkt davor. Kein Bock zu laufen. Oh, ich bin mir nicht. 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ...... ... ...... 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 ......... ......... ......... ......... ......... ...... ......... ......... ......... ...... ......... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... Wir wollen ja auch noch nicht so lang hier. Komm, der Wagen steht hier mal nur so. Kann einfach nicht vernünftig parken. Ja, Roddel. Noch eine Woche bist du weg, Juri, Alter. Was ist denn mit dir? Was ist denn so für ein Problem? Ich bin ein Rennauto. Ja, dann musst du so eine Cola-Dose nehmen, die einbrücken und dann so reinsprechen. Ach, Willis Auto fehlt. Also fahr mit zum Flughafen, ne? Ja, auch eine Idee. Boah, hab ich da Bock drauf jetzt. Egal. Wir können es auch morgen machen. Nee, nee, das meine ich nicht. Warum ist dir kein Dozent das wohl? Ja, ein bisschen. Aber ist ja nur tieferlegen. Das macht das. Das geht ja richtig weg. Ja. Wir gehen jetzt die Karre tieferlegen. Bin mir noch nicht sicher, ob mir das Handling net gefällt, aber kann man erinnern. So ein schönes Auto, ne? Ist meine Lieblingskarre. Ja, ich guck mal tief. Oh, der fährt sich auch so gut, man. Das war echt ein schönes Auto. Oh, mein Gott. Die mit ihrer fahrenden Cola-Dose, Alter. Oh, mein Gott. Das macht einfach so Bock an GTA so chillig Auto zu fahren. Das klingt echt weird, aber es ist wirklich so. Der kostet 260.000 für Mitglied. Oh, wer erinnert sich noch an den Sternenhimmel, den ich jetzt drin hab? Wo hat man den drin mit Cody? Ne, Alter, mein. Hey, okay. Ich glaube, die haben schon Dich. Oh mein Gott. Ich ruf mal 7199. 420. Boah, was sind noch Nummern? 1, 2, 3, 7. Oh, da geht jemand dran. Hallo und herzlich willkommen bei Lonely Gentlemen. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, basteln Sie noch ein Auto rum um die Spielturzeit? Ja, machen wir. Also es geht nur um eine Tieferlegung. Nur um eine Tieferlegung? Ja, das ist machbar. Dann komme ich vorbei. Okay, bis gleich. Tschüssi. Danke, tschüss. Langsam. Hallo, bist du Automechaniker? Jetzt. Warum ist das nicht zu? Ja, bin ich. Abgeschlossen. Wie jetzt? Oh, Alter. Ich wollte mein Auto tieferlegen lassen. Tieferlegen lassen? Ja. Ja, das kriegen wir hin. Aber es ist abgeschlossen. Weißt du, was das komische ist? Immer rufe ich Lonely Gentlemen an. Und immer sage ich, ich komme vorbei. Und dann kommt was dazwischen. Ich habe dich mitten im Ersatz unterbrochen. Sorry. Was hast du gesagt? Die denken immer, ich will die Fahrschlund. Ich will nur Autotieferlegen. Ja, kriegen wir hin. Aber es ist abgeschlossen. Jetzt nicht mehr. Oh, Magi. 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 Ich gebe Schlüssel. Warte mal. Ah, nee. Du hast dich aufgeschlossen. Du bist kein Betrüger. Äh, nee. Willst du einer werden? Vielleicht bin ich schon einer. Ja, wie? Aber dann warst du ja unehrlich zu uns. Ach so. Das ist der rote Rippler. Das ist pure Verwirrung. Rote Rippler? Ja. Nicht schlecht. Ich habe nicht zugehört. Du hast schon wieder geflirtet? Nein, nein. Ich flirte nicht. Hast du nur einen Schlüpper angezogen? Was? Du hast nur einen Schlüpper angezogen. Nee. Immer. Hast du dir deine Hose gemacht, ne? Nein. Klar, du hast eine Jeanshose. Ach komm. Siehst du dich einfach in deinem Auto? Oh, ich habe meine selbe Hose immer noch an. Okay. Alles klar. Ja, ja. Habibu. Ich steckst jetzt sonst wohin. Oh mein Gott. Ja, Schulz. Entschuldigung. Ja, alles gut. Äh, von... Ich glaube, du warst schon mal hier, aber ich brauche ich trotzdem mal da raus. Ja, klar. Ja, bitteschön. Dankeschön. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wer du bist. Ich arbeite auch beim Taxi. Ich kriege Prozent. Ja, jetzt weiß ich. Ja, ja. Ja, ja. Immer drauf, Gehjahr. Ne, warum denn? Wir arbeiten doch im Endeffekt für den gleichen Chef. Wie, der Hase Peter ist auch der Chef von hier? Ja. Ist nicht der Bischof der Chef? Äh, äh, Hase Peter und Bischof. Geschaut, mit dem muss ich noch reden. Von dem kriegen wir noch Geld. Und von O'Brien, oder wie der heißt. O'Brien? Mhm. Warum von dem? Der hat Drogen gekauft auf einer Insel, der Party. Ui. Auch auf dieser komischen Architekteninsel. Was ist denn Architekten? Ja, der Hund Architekt. Ja, genau. Die gehört doch dem Architekteninsel. Ja, genau da. Ah, okay. Da sind Drogen nämlich legal. Wie? Ja. Oh, ich muss da hin. Sonst hätte der Polizist ja keine gekauft. Mann. Hätte ich das gewusst, hätte ich die 150 Karte nicht anders ausgegeben. Oh. Äh, tiefer. Warst du nicht da? Nee. Also hast du auch keine Louis Vuitton-Tasche? Äh, nein, ich hab auch kein Hawaii-Shirt, ich hab auch kein Crocs. Neuzeit. Hallo. Lass mich raten, du kaufst dir eine Tasche bei The U-Life. Für 10.000 Dollar. Wenn es 10.000 kosten würde, vielleicht. Nee, das ist alles Quatsch. Ich hab ja die gewisse Hoffnung, dass die vielleicht von der Insel her importiert werden, aber ich hab irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Ja doch, die Leute sind doch damit unterwegs. Die dürfte man mitnehmen? Ja, dass man die aber auch hier kaufen kann, weißt du, was ich meine? Ach so. Ich glaub, ich glaub, Los Angeles hat die Markenrechte dafür nicht. Das kann sein. Also ich möchte ihn dann so tief legen, wie es geht. So tief, wie es geht? Ja, das krieg ich hin. Oh mein Gott. Twinkie, kannst du aussteigen? Ich steh doch hier. Bist du dumm? Ja. Ja, das weiß ich auch mittlerweile. Ja. Das sieht gut aus. Okay. Goste, Quinta? Bitte? Werden wir mit den Prozenten bei 12,57? Fast 13.000 Dollar, nur fürs Tiefeling. Joa. Boah, das ist ja eigentlich teuer. Und Twinkie, darf ich? Wie viel? Fast 13.000 Dollar. Ja, okay. Okay. Weißt du, ich muss erst mal fragen, wenn du einen Pantoffel hältst. Dann denke ich auch, dass die Dame die Rechnung bezahlt, wenn du sie schon frägst. Ja gut, dann komm mal kurz rüber. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, nur mal einen neuen, normalen Charakter zu zocken. Mir gefällt das so mit Beat Peanut. Ich danke dir, fertig ist er, in einer Stunde. In einer Stunde. Ich komm morgen abholen. Okay, solange bleibt der Schlüssel hier bei uns, uns Auto bleibt auch. Und wähl du, Klaus, meinen Feschke-Pulver. Äh, hab ich selbst genug, danke. Und daun ich meinen Frozen-Joghurt. Frozen-Joghurt? Und mein Handy, was da drin liegt, daun ich. Und wähl du, Klaus, meinen Spitzhacke. Dann verdiene ich kein Geld. Du bist doch Taxifahrer. Ja. Aber manchmal spiele ich auch Minecraft. Okay. Okay, dann, ich wünsch dir was, ja? Ich wünsch auch, ihr zwei. Kommt ihr hier weg? Ah, ihr könnt euch auf jeden Fall ein paar Klatschen rufen. Ja, ich bin noch mit meinem Auto hier. Ah, okay, okay. Alles klar. Okay, dann bis dann. Ich wünsch euch was. Bis morgen. Bis morgen, Tod. Bis Becken und du gibst mir noch dein restliches Geld. Amen. Wenn die alle wüssten, dass ich eigentlich die Hosen an hab. Na klar. Ui, ui, nimm mal, guck mal. Hab nur kurz ein Foto gemacht für Forschungszwecke. Ja, doch, der Schraubenzherr sah voll cool aus. Ehrlich? Das waren 13er Schlüssel, weißt du, wie selten die sind? Ist auch so. Und daneben lag eine Bohrmaschine. Was machen wir noch? Du gibst mir jetzt erstmal dein Geld. Ich hab gedacht, du hast es schon vergessen. Äh. Ich hab absolut keine Lust, hier einzugzeugen. Oh, mach dich doch nicht so breit. Du machst dich breit. Oh, Mann. Wir sollen mal hier unser Kind reinpassen. Was für ein Kind? Der kleine Peanut. Oh, Gott. Der mit der Erdnuss am Kopf. Dann müssen wir zum Bankautomat. Ja, ja, machen wir, machen wir. Kein Problem. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir nichts erlebt haben. Die Zeit ist so schön gegangen. Was haben wir denn heute den ganzen Tag gemacht? Ja, wir haben mit dem Cody geredet. Ja, stimmt. Und wir waren essen. Dann hast du irgend so ein Geschäft gemacht. Ja, ich verkaufe jetzt Gold. Siehst du, ich hab Herrn Juri kein Gold angeboten. Herr Juri investiert immer in die Zukunft. Ja. Dann hatte ich noch einen Grüneanfall. Ja. Ach ja, heute war wieder Sparsparnung und Ecken. Aber fang ja nicht zu den Asozahlen. Ja, wie? Fahr zur Staatsbank. Da sind Kameras. So, steig gleich bei uns am, bei uns am Maike, am, an dem Mietz-Villa. Ne? Scheiße, jetzt hab ich meinen Spitzhackel nicht dabei. Da gibt's nen Fluss, da hab ich Gold gefunden. Oh, wirklich? Ja. Ui. Also ich hab so... Mein Gott, ne, pass auf hier. Oh ja, stimmt. Das... Oh ja, nix gut. Ähm. Da war ich morgens am Fluss. Mhm. Und da hab ich auch so'n Typ kennengelernt, der hieß Pete. Pete von Dardy. Dem hab ich irgendein... Oh, ist nie passiert. Ist mit dem Auto. Ich erzähl gleich weiter. Ja. Du, 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 du. 3.000 hast du behalten. Dann kriegst du 20.000. Ich schau genau drauf. 20.900. Mhm. Dann hab ich nur 3.000. Dann nimm den Umschlag. Danke. Auf jeden Fall hab ich da Goldklumpen gefunden. Oh, der funktioniert nicht. Dann gern mal einen. Goldklumpen gefunden und da war noch so'n Typ. Und diese Pete von Dardy. Dem hab ich unser Auto vermietet. Diesen AC-Halter. Den wir mal geschenkt bekommen haben. Weil man verschenkt der Auto. Okay, das war aber nicht mit mir abgesprochen. Das Auto war abgeschleppt und stand an dem Verwerkstellparkplatz. Und sehen was, wenn ich das brauche mal. Du hast ein eigenes Auto? Ja und? Nee, erzähl weiter. Ich hab's vermietet an ihn. Ja. Und dann hat er mich gefragt, ob ich noch mehr mitkomme im Norden. Weil der arbeitet eigentlich für eine Bäckerei. Und die machen ihr Mehl selber. Weil das ist eine Bio-Bäckerei. Und dann bin ich zur örtlichen Schmiede gefahren. Und die haben mir die Steine geschmolzen. Und haben mir Goldnuggets gegeben. Okay. Kostenlos sogar. Ja, das ist doch cool. Komm, ich zeig dir, wo der Fluss ist. Das ist doch romantisch. Mach die Karre auf! So, zack, scheiß auf das Fenster. Oh Gott. Zahl eh ich. Du zahlst das? Ja, das ist mein Geld. Alles Geld, was du besitzt, gehört mir. Ja, wahrscheinlich. Wohin? Wir müssen nach Hause, Richtung nach Hause. Oh mein Gott. What is? Nix. Oh, wir müssen uns krank melden beim Hasen Peter nun, ne? Oder gehen wir morgen arbeiten? Hm, ja, ich glaube morgen ist nicht so viel los, oder? Tschüss, Knuffi. Weiß ich nicht. Morgen ist einer dieser Sonntage. Ach, morgen ist heute Sonntag? Morgen? Ja. Oh mein Gott. Schon? Ja. Oh, bleib bloß vorsichtig, sei bloß um. Oh mein Gott. Was denn? EMF auf 7000. Sieht so gut. Ja, sei bloß vorsichtig. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir sind gegangen, als die Party angefangen hat. Da ist auch, wo ich das Gold gefunden habe, ein bisschen verromantisch, ne? Und du glaubst, nur weil's romantisch ist, geh ich jetzt mit dir arbeiten, oder was? Nö, du, ich mach das alleine. Okay. Dann hab ich oben Zeit für mich. Ja. Und ich hab Zeit für meinen Yoga-Kurs. Ja, du machst Yoga und nicht geh Gold suchen. Ja. Das fühlt sich an wie damals, als ich klein war, da hab ich immer Kauquappen. Upsi. Hab ich Kauquappen gefangen im Teich. Warte, müssen wir jetzt rechts, oder nicht? Rechts. Rechts, okay. Logisch. Und dann nochmal rechts, oder? Weißt du, in dem Auto hast du ein Navigationssystem. Ja, ja. Scheiß drauf. Ne, heute wieder genug gelacht. Jetzt werd ich wieder müde. Wo fährst du hin? Ich hab keine Ahnung. Du kennst nur diesen einen Weg von hier, ne? Deshalb fährst du auch immer hier hin. Ne? Was soll ich machen? Ich weiß nicht, wo ich bin. Links. Links. Ja. Ja, weiß ich selber. Nächste. Rechts. Ja. Oder so. Du, so als würde ich mich nicht ausgehören. Und hier gilt der Piet zur Schule. Welche Piet? Achso. Ja, hier. Oder der studiert hier. Aber ich hab auch nicht in meine Nummer mit ihm getauscht. Das ist wahrscheinlich auch besser so. Ja, ich hab gesagt. Du mal deinen komischen Leuten. Der war voll, der hat so vollgetan, als würde ich aus dem Ghetto kommen. Der hat zu mir Motherfucker gesagt und hat mich gefragt, weißt du, wie schwer es war, drei Monate ohne Kreditkarte zu leben. Geradeaus. Geradeaus. Und dann halt. Über die Brücke. Hörst du schon, das Meeresrauschen? Ja. Oh, Alter, muss ich pissen, ey. Geradeaus und dann jetzt hier gleich links. Ja? Ja, hier. Hier ist der Fluss. Und da steht auch schon ein Müllwagen. Guck mal, wie schön hier ist. Das ist doch ein Waterfall. Komm. Komm, wir gehen nackt machen. Das war nur Spaß, ne? Ja. Ja? Ja, klar. Astro, vielen lieben Dank für 12 Dollar Tinkepäckchen. Du machst super, Pei, mach weiter so. Kuss, danke schön, kuss zurück. Merci. Und Flex, danke schön für die WeSavon19. Und Biohazard, danke für die WeSavon17. Und Tukulu. Guck mal, und Tiefeln nimm mal ein Gold. Im Fluss. Hier arbeitest du? Ja, hier war ich im Fluss Gold suchen. Hm, voll romantisch. Guck mal, der Wasserfall. Ja, schön. Ja, ne? Ja, so schön. Soll ich dann nackt runterspringen? Nein. Warum? Nein, das ist ja doch dumm. Also, fängst du mal aufwachst? Und ich bin nicht... Oh, Rasenmäher. Soll ich die noch holen? Du wirst so... Nee, auf das kein Fall. Morgen. Das ist... Oh, geil. Morgen geh ich den holen. Ja, juhu. Chris, du hinkst am Schlaf geholt? Na gut, dann komm. Hör auf zu pfeifen, ich bin kein Hund. Halt's mal und komm. Halt du deinen Maul, du... Oh, Mann, ey, das hast du gefunden, ey. Lass mich einruhe heute. Will, du fasst mich an. Spinn's ja wohl. Ja, wie? Ja, spinn's ja wohl. Du spinn's ja wohl. Du spinn. Oh, komm. Oh, komm mal der Himmel. Ja, wunderschön. Jetzt kann ich gar keinen Rasen mähen. Ja, sieht wohl so aus, ne? Ja. Oh, ich will schlafen, wie, wie, wie. Das ist schon wieder gut. Was ist mit dir, Alter? Aus! 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 Mann, das ist meine Karre. Ich darf hier sehen. Und du darfst das vollhalten. Dann mit dem Pinsel schlechte Milch in den Dings kippen. Schlechte Milch? In die Heizung vom Auto. Ja, klar. Warum nicht? Wieso ich aussteigen? Ja, Mann. Wir wollten mal parken üben, ne? Wollten wir das? Ja. Wieso? Wieso? Ich kann auch parken. Aua. Aua. Du fährst schon so'n kle... Aua. Du fährst schon so'n kleines Auto. Boah, du gehst mir so auf den Sack. Nee. Egal. Hast du eigentlich Oma Töchter gesehen? Nee. Warum machst du denn immer Bilder? Ich mach bei so'n Contest mit dem Internet. Oh, was ist das für einer? Ilovenywife.com Okay. Betreffen sich verheiratete Männer. Lack, Haschisch! Haschisch! Da ist er ja. Ich kutsch nur mit Haschisch. Ah, ja. Hab dich lieb. Ja, ich dich auch. Will dich rufen. Haschisch! Nasse Füße. Guck mir, Haschisch! Ich hab leider nur Orangensaft. Hoffentlich schmeckt dir das. So. Boah, ich bin fertig, Alter. Ich bin absolut fertig. Ohne Witz. Also nicht wegen dem Stream, sondern weil ich übermüdet bin. Ich bin doch froh, jetzt gleich schlafen zu gehen. Instant. Hab ich irgendjemanden vergessen beim Vorlesen. Ich hab viele vergessen. Wenn sich jemand stört, Alter, was laber ich, Mann. Wen hab ich vergessen? Jenny, danke schön für den Wies am Zehnten. Arne für sich, danke für den Wies am Zehnten. Grüße aus der Nachtschicht im Altenheim. Ich hoffe, du bist noch da, aber wahrscheinlich nicht. Bacardiwi, Final, Nextation. M Deluxe, 1991. 91. Den Jack brauche ich nicht volllesen. Please, what the fuck? Lician, Tuss, L.M., Captain, 077, TTV, The Don't Stulle, Night Fox, Donuts Neck, It's only game. Last Slayer. Why do you have to be mad? Gerd, Der Rentner, P. Blizze, Cackdx, Costa Echse, Harp Psycho, Marcy, Dr. Bizzle, Heidi, Der Dennis, 9088, Sixta und Chuck und Der Technik und Flojo und Nevek und Jan Rocks und Vorex. Vielen lieben Dank für Re-Subs und Zapps, Dankeschön. Und Kombi-Zombie, Dankeschön für den Prime zweiten Monat. Ihr seid doch auch alle müde. Ihr geht jetzt alle Haier machen. Controller, Controller, Es ist so ein Unterschied, wenn wir hier sind, einfach so 142 Fp. So, wenn ich die Maus so bewege, so smooth alles. Oh, der Himmel. Schön. Gefällt er mir. Es ist traurig, wenn jemand tollt, weil er nicht vorgelesen wurde. Man zappt doch nicht, um seinen Namen vorgelesen zu bekommen, sondern weil man unterstützt soll. Ähm, ja, aber ich kann es schon verstehen. Man, man soll es ja auch zu Kenntnis nehmen, so. Ne? Ist ja einfach eine Sache der Höflichkeit auch, finde ich. Ich bin nur manchmal so sehr ins EP vertieft, dass ich das vercheck. Ich bin mal besser da drin. Ui, voll schön. Halbendach, das erste Mal gibt wieder nix. In ease wurde dies. Doch, ihr seid müde. und nicht schlafen. Aua. Ich hab nur meinen Namen zu hören. Ja, dankeschön. ich lese auch gerne die Namen vor. Oder welche Playlist? Ich hab ich hab ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, acht Playlisten auf Spotify. Oh, habst du ganz habt, aber giftet. Dann hoffe ich, dass du dich dafür bedankt hast, aber anscheinend nicht. So, ich hoffe, hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für den Support, die Subs und alle, alles, Alter. Followbot kann man wieder an und vorgelesen werden, bitte. Followbot? Followbot? Könnte man die 100k voll machen, aber wär ja dann fake, obwohl unter diesen 98.000 sind auf jeden Fall Bots auch. Na siehste, Költes, wenn du jetzt noch nur ein bisschen chillst, dann hast du nur Subizels zu bringen. Da hast du recht, Schattenwolf. So, vielen lieben Dank für den Support, für Subs, für alles, auch für die Donations, auch fürs Dasein und dass ihr nett seid und dass alles chillig ist, ja? Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und bis nachher, ab 19. Ja? Dankeschön. Bleibt artig. Nicht anquatschen lassen. Tschüss. Bis nachher. Bye. Have a great time. Tschüss. Vielen Dank.